Oh mein Gott, jetzt sind wir da. Du hast aber doch den Timer nicht gestartet, oder? Live! Live! Oh, live! Delay! Oh Gott! So. Oh, wie sind wir da? Ja, das sieht so geil aus. Eddie, guck dir einfach mal die super schönen Teilnehmens an. Hallo, alle. Hallo, Chat. Hallo, Frau. Hallo. User left your channel. Oh Gott, so. Jetzt müssen wir uns ja vorstellen, oder? Wir müssen uns vorstellen, ja, fang du mal an. Ich bin der Krillepan und der da drüben ist der Timon. Ja, hi, ich bin Timon. Und wir runnen heute Zelda A Link to the Past, No Major Glitches. Genau. Und hoffen, wir machen wirklich No Major Glitches. Für die Deutschen und schauen uns. Keine großen Fehler. Keine großen Fehler. Ja, ich bin auch noch da, ja. Genau. Wir haben Eddie mitgebracht. Eddie ist auch einer unserer Speedrunner. Er ist krass drauf, weil er auf dem Emulator schon Sub 1.30 hat. Er ist sehr leise. Ich bin leise. Wir sind sehr leise. Moment. Er ist krass drauf, weil auch... Ich weiß nicht, ob du da was dran kurbeln musst oder ob das... Ja, lauter kann ich nicht reden. Moment. Ja, ich kann das noch ein bisschen einstellen. Das könnte ich lehnen. So, da hab ich's lauter gemacht. Hier auch nochmal ein bisschen. Ja. Testos. Okay. Fuck. Ich guck mal, ich hör nochmal in den Stream rein. Endlich mal Runner. Gab's noch keine Facecam heute? Mit Gesichtern. Weiß es gar nicht. Also ich glaube, der... Obwohl, doch heute Mittag. Fiefbuck hat Facecam gehabt. Die Fallnehmsten sind gut. Na aber. Okay, ich glaub von der Lautstärke sollte es jetzt passen. Ich hab reingehört. Man kann uns eigentlich ganz gut verstehen. Okay. Wenn nicht, volle Pulle. Lautsprecher an. So, ich würde... Wir sollten aufhören zu quatschen und den Leuten mal zeigen, was es heißt, Spaß zu haben, oder? Ein bisschen Spaß. Muss sein. Gut. Okay. Soll ich runterzählen, oder du? Wollen wir... Wollen wir anfangen? Ja. Zähl du, oder ich? Zähl du. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Go. Okay. Viel Glück. Du auch. Gut, danke. So. Ich erzähl mal gerade kurz was zur Kategorie. Also die Kategorie heißt ja No Major Glitches. Und es besagt, dass man quasi das Spiel komplett durchspielen muss. Alle Tempel besiegen muss. Jedoch darf man keinen Out of Bounds benutzen. Ein anderer Major Glitch ist YBA, Yuzuhara Bottle Adventure. Der wurde vor eineinhalb Jahren gefunden, hat das Spiel ziemlich zerstört. Und No Safe and Quit wird auch nicht, also darf man auch nicht nutzen. Safe and Quit kann man sich an verschiedene Stellen in der Overworld teleportieren. Genau. Einzige, was zählt ist, wenn man zum Beispiel stirbt, das ist technisch gesehen auch ein Safe and Quit. Aber bevor man aufhört, macht man halt dann weiter. Das ist dann aber auch bei uns in der Community absolut akzeptiert. Ja. Oh Gott, was war da noch exklusiv? Ich bin da los. Fake Flippers. Genau, Fake Flippers. Das wird nach dem Desert Palace passieren. Genau. Der Dauernstieg. Und was wir jetzt am Anfang sehr oft machen werden, das ist das sogenannte Pumping. Pumping funktioniert immer nur nach Norden oder nach Westen gerichtet und bedeutet so viel Links-Animation. Ah, und die Blaue hat verkackt. Links-Animation startet nach links und oben immer mit zwei Pixeln pro Frame. Und wenn wir in der Zeit die Richtung ändern, dann starten wir immer mit zwei Pixeln. Also zwei Pixel, zwei Pixel, zwei Pixel. Und das macht uns ein bisschen schneller als sonst. Das Problem ist, in den anderen Richtungen, nach Süden oder nach Osten, dort startet die Animation mit einem Pixel pro Frame. Und würden wir diese resetten, dann würden wir immer wieder mit einem Pixel uns bewegen. Und das ist nicht ganz so dolle. Wird mal langsamer. Richtig. So. Eddie, wie ist eigentlich der Sync? Perfekt. Was sagst du der Sync? Es ist gut, es passt. Wir sind, also ich sehe, er hat ja den Stream offen. Der ist bei uns jetzt. Es passt gut. Alles gut. Ganz wichtig für dich, Timo, du bist gerade vorne. Ja, pass auf. Jetzt kommt nämlich der erste, sag ich mal, schwierige Part. Der Boring-Changal. Warte mal, ich musste gerade, äh, musste mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil... Hätte ich auch sagen können. Nee, ähm, ist so, dass wir die Eight-Slash-Variante nutzen. Und, ähm, die Slashes müssen präzise getimed sein. Ungefähr jede halbe Sekunde einer. Dann wird man nicht getroffen. Und wenn man's halt einmal verkackt, das Timing ein bisschen verkackt, dann ist direkt, kann man sehr schnell sterben. Also genau so, wie ich's nicht gemacht habe, sondern mich schön habe treffen lassen und ich jetzt mit einem schönen Herz pieken hier durch den Dungeon renne. Ich bin auch einmal getroffen, aber... Es gibt auch die Pot-Strat in dem Raum, die wir jetzt nicht gesehen haben. Ja genau, also die Pot-Strat, man wirft halt einen Pot auf die Boring-Changal, bedeutet, er kriegt den Schaden, wie als würde man ihn viermal mit dem Schwert schlagen. Ja, ist ganz gut für beginnende Speedrunner, weil dieses Strat, die verliert insgesamt nur eine halbe Sekunde und bringt eine ganze Menge Sicherheit mit sich. Ja, ich hab's ja vor ein paar Wochen auch noch ehrlich gesagt genutzt, fast jedes Mal, weil's einfach super safe war. Ich hab's nie gelernt. So, was auch ganz wichtig ist, manchmal macht man den Fehler am Anfang, jeder gute Speedrunner hat das schon hinter sich. Wir brauchen, um in den Untergrund hier zu kommen, in die Sawyers, brauchen wir nicht nur Prinzessin Zelda, sondern ganz wichtig, wir brauchen auch die Lampe. Und es gab schon genug Races, auch von den besten Speedrunnern, in dem einfach mal die Lampe vergessen wurde und dann stand man vor verschlossener Tüten. Kostet im Speedrun ungefähr anderthalb Minuten, also versucht man das möglichst zu vermeiden. Vorletzte Woche noch passiert. Ja, und jetzt ist es einfach nur, es gibt Ratten, Schlangen und versucht auf die RNGs zu reagieren. Das Schwierige an diesem Spiel, es ist ein 2D Zelda, jedoch das Schwierige ist einfach, die Monster, die Gegner sind immer gleich, wo die spawnen, jedoch haben die immer random Faktor, wo die hinlaufen. Das heißt, man muss so viele verschiedene RNGs, äh, halt, muss man durchgehen, dass man die gut, gut hinbekommt. Man muss drauf reagieren. Also machst du das Spiel auch im großen ganzen Haus, einfach schnell auf RNGs zu reagieren. Genau. Zu lernen. So wie hier die Rattenparty an der linken Seite. Genau, also die Ratten im Escape sind eigentlich das Schlimmste, weil sie haben verschiedene RNGs, es gibt schnellere, es gibt langsamere. Und das Schlimmste ist, was man haben kann, das sind sogenannte Northwest Rats. Das bedeutet, die Key Rat, die verschwindet nach oben links und es braucht von der Zeit einfach am längsten. Ich darf nicht splitten. Ich auch nicht, das kann ich auch gerade machen. Keine Ahnung. Okay, was jetzt ganz wichtig ist hier... Warum soll ich keine Hose anhaben? Ich habe eine braune Hose an. Doch, ich habe eine Hose an, falls du das im Spiegel denkst. Ich sehe es gerade. Genau, Timon runnt immer nackt, dann ist er nämlich schneller. Aerodynamik, Junge. Genau, so, was jetzt ganz wichtig ist hier im Sanctuary, wir haben hier einen Herzcontainer, den wir mitnehmen können. Diesen Herzcontainer kann man theoretisch skippen, denn auch in der NMG-Kategorie darf man so viel und so wenig mitnehmen, wie man möchte. Das Ding ist allerdings, den Heartcontainer mitzunehmen, der verbraucht ungefähr drei Sekunden. Allerdings bringt er uns eine Menge Sicherheit, zum Beispiel im ersten Dark World Dungeon, Palace of Darkness, kann uns der Endboss mit dem Sanctuary Heart insgesamt dreimal treffen. Und wenn wir es nicht mitnehmen, nur zweimal. Genau, also zweimal und dreimal und danach stirbt man. Deswegen ist es eine große Hilfe, auch später bei Cold Stair, den wir im Eispalast treffen werden. Den werden wir dann auch entsprechend etwas sicherer entgegentreten. Let's go. So, und hier ist jetzt auch wieder Pumping. Jetzt sind wir auf den Treppen. Das heißt, das sind theoretisch einfach nur zwei Wände, wo man gegenpumpen kann. Genau. Und das Ding ist halt, die Animation auf den Treppen ist grundsätzlich sehr, sehr langsam. Und wenn wir pumpen, schaffen wir das relativ schnell. Wesentlich schneller als davor. Weil man verliert, wenn man nur darüber läuft, pro Treppe locker zwei bis drei Sekunden. Schau. Okay, Eastern Palace. Ja, welcome to the Eastern Palace. The Eastern Palace ist wie gesagt einer der ersten Dungeons, die wir hier durchringen müssen. Und er zeigt im Wesentlichen die Spielmechaniken auf. Heißt, was muss man machen, um weiterzukommen? Wo kann man was ausweichen? Und auch gerade so dieses Grundprinzip bei Zelda. Dass man sagt, okay, wir haben hier verschiedene Gegner. Wenn ich sie alle besiegt habe, komme ich weiter. Das ist so der Kern von den Zelda-Dungeons. Und dazu kommen dann natürlich dann entsprechend auch die Puzzles. So. Was wir jetzt haben bei mir, ist der sogenannte Starforce Room oder Skeletal Room. Da bin ich schon fertig. Ja. Das bedeutet, normalerweise würden hier vier Skelette spawnen. Aber dadurch, dass wir ein bestimmtes Petal abgehen als Speedrunner, werden nur insgesamt zwei Skelette gespawnt. Was natürlich wesentlich schneller für uns ist. Hätte ich Bock, zum BK-Skip was zu sagen? Ja. Nochmal. Kann er, kann er. Hat er, hat er. Also wir werden auch versuchen... Ne. Wir werden versuchen, auch nur die Gegner zu besiegen, die uns sozusagen Vorteil bringen. Das heißt, wir versuchen eine bestimmte Anzahl an Rubine zu bekommen. Und es lohnt sich zeitlich nur, wenn wir... Stopp, warte, warte, warte. Einmal kurz an die Organisation. Der Weltrekord ist nicht 21,23... Ja. 1,23,55. Er ist 1,23,50. Vor zwei Wochen wieder geschlagen von Zelda. Ja. Danke, Lief. Geht weiter. Zum BK-Skip kann man nur sagen, dass man sich eigentlich nur von dem rechten Popo einmal hitten lässt, um dann den Pod aufheben zu können, um den Schalter zu aktivieren, um an den BK dann zu kommen. Das heißt, man ist halt für eine kurze Zeit rumverwundbar und kann dann einfach den Pod hochheben und den Schalter aktivieren und kommt dann so an den Schlüssel dann. Genau. Normalerweise müsste man den kompletten Raum von den Gegnern beseitigen, was natürlich tierisch lange dauern würde. Und durch diesen kleinen Damage Boost oder durch die beiden Damage Boost geht es halt wesentlich flotter. Danke fürs Good Luck. Und krass den Popo gedodged. Mal schauen, wer die miese Cannonball-RNG bekommt. Ah, die läuft. Der Raum nach den Cannonball hat einen bestimmten Namen, und zwar der Zelda-Gamer-Raum. Shoutouts zu Zelda-Gamer. Vielleicht kennt noch wer, Zelda-Gamer. Wurde nach ihm benannt. Wer mehr Details wissen will, einfach anschreiben. Es gibt ein lustiges Highlight. Okay, ich habe einen Arrow-Drop. Hier ist es so, dass wir einen Arrow-Drop haben wollen, weil wir 18 Pfeile für diesen Boss benötigen. Sonst dauert es lange. Genau, weil das Ding ist, wenn wir die Amos Knights schnell genug besiegen, kommen sie sozusagen nicht in die letzte Phase. Denn die letzte Phase besteht darin, dass der letzte der Amos Knights in einen Red Amos Knight sich verwandelt. Und wenn er sich verwandelt, dann muss man nochmal drei Pfeile reinballern. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen versuchen wir den letzten so schnell zu killen, dass er nicht mehr die Chance hat. Den treffen wir halt kurz vorher mit zwei Pfeilen. Und ganz am Ende braucht er dann nur noch einen Pfeil. Genau. Es gibt grundlegend drei Strategien, um die Amos Knights zu besiegen. Die erste ist, dass man sich unten rechts hinstellt und dann halt zwei Pfeile nach links und dann nach und nach die Amos-Statuen platt macht. Du, Krill, ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es zig Millionen Möglichkeiten. Ja. Nennen wir es mal die drei Großen. Aber ich würde jetzt gerne einen Spin Speed. Ja. Also jetzt haben wir die Pegasus-Boots. Das verändert natürlich einiges. Wir laufen schneller. Und außerdem gibt es jetzt in der japanischen Version einen Glitch. Den Spin Speed, den sehen wir hier. Jung, jung, schnell laufen. Dies ist möglich. Ähm... Oh, das läuft. Wir chargen das Sword, also das Schwert. Und dann spinnen wir einmal. Und nach dem Spin direkt drücken wir Sprint. Ein Frame danach. Wenn das zwei Frames ist, passt das nicht mehr. Es darf wirklich nur ein Frame nach dem Spin Sprint gedrückt werden. Ganz kurz. Dann wird so ein Glitch-Status aktiviert bei Link, dass man nicht mehr... Glitch-State. Ja, Glitch-State. Dass man nicht mehr das Spert schlagen kann, zum Beispiel. Und wenn man dann eine Treppe berührt, eine nicht automatische Treppe, dann läuft man schnell. So wie jetzt hier. Okay, war es schon wieder. Dieser saved allgemein über den ganzen Run vielleicht 20 Sekunden. Liegt dran, an wie viele Stellen man ihn nutzt. Und es gibt welche, die save wirklich wenig Zeit. Das Interessante, als guten Vergleich kann man sagen, als noch Crystal den Weltrekord hatte, hat sie den Spinspeed noch nicht benutzt, weil er noch nicht bekannt war. Und als Xelna dann den Weltrekord versucht hat, an sich zu reißen, war er definitiv jedes Mal aufgrund des Spinspeeds in der Zeit vor Crystal. Hat sich zwar im Endeffekt immer wieder alles ein bisschen rauskristallisiert am Ende, aber... Kristallisiert? Ja, Wortpaar, Wortpaar. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Was man vielleicht noch kurz sagen könnte, ist für alle, die sich wundern, warum sie das Buch aufgepickt haben, damit kommt man einfach mal in den nächsten Dungeon. Richtig. Und nicht nur das, wir brauchen das Buch später, um die Medaillons zu bekommen. Weil wir brauchen zwei Medaillons. Einmal das Quake-Medaillon und einmal den Ipa-Medaillon. Das eine benötigen wir, um in den Turtle Rock später reinzukommen. Und das andere in den Misery-Mire. Sorry, hier auch für viele, wow, englische Begriffe, aber es ist einfach, für die meisten Begriffe weiß ich nicht mehr den Deutschen. Ja, könnten sagen Schildkohltenfelsen, aber es ist einfach so ungewohnt, da müssten wir erst mal acht Sekunden nachdenken, wie heißt das Wort überhaupt? Ich mache den Arztlitsch. Genau, das Erdbeben-Medaillon und das Luft-Medaillon. Das heißt halt auch nicht mehr WB, sondern WZ, nehme ich willkommen zurück. Ah ja, dann nochmal. Eigentlich, was man am Anfang des Runs auch noch sagen hätte können, für vielleicht Leute, die es noch nicht so auskennen. Hey Benson, how are you? French Crash 2 Runner. Shoutout zu Benson. Es ist, wir haben beide die Nintendo Super Famicom, also auch die japanische Konsole, weil es auf 60 Hertz läuft. Moshi Moshi. Und die PAL-Version ist auch auf diesem SNES-Game sehr viel langsamer. Deswegen braucht man da eine NTSC-J-Version. Oder I? Ich glaube I. Ü? Die NTSC-J-Ü ist die türkische Version, ne? Was man vielleicht noch zum Desert sagen kann. Die werden nur Pods hochgehoben, wo auch Arrows kommt, also Pfeile, da man die für den Bossfight braucht. So, was ich jetzt gemacht habe, weil ich bin auch low on Rupees, ich habe hier ein extra Pod hochgenommen, wo ein blauer Rubin drunter ist. Der ist fünf grüne Rubine wert und wir brauchen später mindestens 110 Rubine, damit wir den ersten Dungeon in der Dark World öffnen können. Warum das so ist, das werdet ihr da später sehen, das brauchen wir jetzt noch nicht erklären. So, was jetzt gleich als nächstes kommt, ist relativ risikoreich. Wir benutzen einen Spin-Speed, um in den zweiten Part des Deserts zu kommen. Problem ist, wenn wir den Spin-Speed zu weit nach unten laufen lassen, fallen wir instant die Klippe runter. Und das bedeutet, wir müssen nochmal den ersten Part inklusive Opening-Cutscene nochmal komplett spielen. Und wenn man das macht, verliert man ungefähr eine Minute 20, glaube ich. Ich bin jetzt nicht mehr. Ja, komm, komm. Es ist ein Reset. Ja, hier umgehen, aber... Ja. Ja, bonk. Ha, jetzt bin ich wieder vorne. Genau, was ja auch ganz interessant ist, ihr seht, dass wir immer durch die Türen durchdashen. Das sind sogenannte Key-Dashs. Wenn man sich entsprechend positioniert, kommt man mit einem Dash hindurch. Steht man verkehrt, bonkt man an die Tür. Und das wollen wir möglichst verhindern. Das Interessante an der ganzen Sache ist, dass die meisten Gegenstände im Raum nach vier Pixeln geordnet sind. Also wenn wir uns daran orientieren, dann klappt das meistens auch. So, Eddy, sag mal was zu Lenmo. Na, das ist ein Arsch. Mehr nicht? Ja, was soll man noch sagen? Ja, gut, wie gesagt, man muss einfach darauf reagieren, in welche Richtung sie hüpfen. Am besten, man versucht sie halt mit den Pfeilen zu treffen. Ich f***ing hate Short-Jumps. Genau, es kann halt auch da passieren, dass die so gar nicht die Short-Hops machen. Five-Cycle. Nicht gut. Ich habe nur Short-Hops. Ja, aber bitte. Nicht gut. Ne. Ähm. Ist wirklich ein... Ich bin beim Eight-Cycle. Nein! Nein! Wir müssen Krillest-Timer nehmen, ich war ein Idiot. Es tut mir leid, Stream. Scheiße. Ich würde sagen, Timo ist Erster. Einfach plus 17 bei mir rauf. Okay. Ja. Ähm. Live! So, das... Wir haben ja immer noch einen Timer. Ist alles gut. Wie viel... Findest... Nee. Bitte... Jetzt bitte eine Runde Facepalm für Timo im Chat. Ja, die läuft gerade schon. So, das nächste, was ankommt ist... Oder der nächste Trick, den wir nutzen werden, sind die sogenannten Fake-Flippers. Normalerweise haben wir keine Flippers zu der Zeit. Also... Wie heißt das auf Deutsch? Schwimmflossen. Durch einen kleinen... Fingerwebs. Fingerwebs. Und durch einen kleinen Trick checkt das Spiel nicht, dass wir ins Wasser gesprungen sind. Und entsprechend dort können wir auch schwimmen. Das Gefährliche an der Sache ist, man hat es gerade bei mir gesehen, ich bin relativ nah an einen erscheinenden Zora vorbeigeschwommen. Wird man während den Fake-Flippers getroffen, ist das ein Softlock. Softlock bei Zelda 3 bedeutet, man kann Link nicht mehr bewegen und ist definitiv ein Resetter-Konsole nötig. Aber das Gute ist ja, der Timer ist nicht so wild, denn... Wir haben ja immer noch einen Timer. Wir haben ja immer noch einen Timer. Ich splitt dann einfach in der Dark World, ne? Ich hätte die einfach anbeinden sollen. So drin... 10 Runs am Tag gemacht und dann... Ja, danke. So. Gewaffelt werden. Dead Mountain. RNG. Arschloch. Zusammenpassung. Die kurze Version. Entweder kriegst du Steine auf den Kopf oder nicht. Also wir nennen sie im Englischen immer so Flying Cabbages. Die fliegenden Salatköpfe. Also für dieses Halloween werde ich auch keine Kürbisse rausstellen, sondern einfach nur Salatköpfe. Das bedeutet, jeder Speedrunner von Zelda wird sehen und ah, Mist, er hat Angst. Und ja, wie gesagt, das ist unberechenbar. Mit dem Spinspeed geht es relativ zügig daran vorbeizukommen. Aber wie man früher den Spinspeed noch nicht hatte und nur dashen konnte, war das schon relativ risikobehaftet. Es tötet einige Runs. Richtig. Definitiv. Und da ist das Zen Card auch sehr sinnvoll, ein Herz da mehr zu haben. Ich hoffe, der Skrull hat keinen von euch geblockt. Nein. Genau, was auch noch nervig ist, die sogenannten Skrulls. Also offiziell heißen sie Dead Rocks. Die können uns halt im Wege sein. Und die können... Ein Rubin. Ein Rubin. Und das Problem... Ah, schade. Nicht aufgepickt. Guckt euch das an, wie Swaggy ich gerade den Red Rupee eingesammelt habe. Das war bei Timo jetzt ziemlich klar, es hat ihn auch fast aufgepickt. Jetzt versuche ich gerade einen Boom Dash. Ich habe es fast geschafft, ich bin aber nicht... Wäre ich jetzt in dem Pilot stehen geblieben, wäre ich unverwundbar gewesen und hätte den Raum einfach genießen können. Für mich persönlich einer der nervigsten Räume, weil ich oft unachtsam werde dabei und einfach mal grundlos Herzen verliere. Was definitiv nicht gut ist. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Man muss drei Tasten auf dem gleichen Frame drücken, um diesen Boom Dash hinzubekommen. Ist auch zum Beispiel Japanese 1.0. Saved 20 Frames. Also halb so wild. Das Problem ist allerdings, wenn man den Switch trifft und nicht hinter die Pylone kommt, kostet das einen mindestens 46 Frames. Also fast eine Sekunde. Weil in der Zeit, wo man den Switch aktiviert, vergehen ungefähr 23 Frames. Und deswegen sollte man den nicht gnadenlos schlagen, sag ich mal. Ja, es laggt jedes Mal, wenn man den Switch trifft. Ich nehme jetzt leider, sorry an alle Speedrunner, ich habe den Switch genommen. Nein, es ist nicht das erste Spiel, was es auf dem Super Nintendo gab. Es gab mal ein Remake mit The Four Swords Adventure. Da wurde das Spiel dann hinzugefügt. Also jetzt sehen, dass der Bombjump, man platziert einfach eine Bombe, um sich sozusagen rüber hopsen zu lassen, man macht das halt mit einem Herz so durch, das geht dann verloren. Es ist okay, ich habe den Bumper gefailt, das ist ein 4-Pixel-Window, ist okay, hat meine PB auch, alles super. So, ich habe das unwahrscheinliche Glück, ich gehe mit 5 Herzen zu Moldorm rein, was einfach mal sehr, sehr selten passiert. Und das Problem, Moldorm trägt nicht umsonst den Namen Trolldorm, weil er ist gerade für Anfänger sehr, sehr schwierig und auch für uns Speedrunner immer wieder nervig. Wie man gerade bei mir sieht, lass dich treffen, du Mistvieh, denn er kann uns sehr leicht aus der Arena schubsen. Es geht gerade so, wenn man im Außenring runterfällt, aber wenn man in das mittlere Loch fällt, fällt man zwei Etagen, was bedeutet, man muss wieder einen Mirror setzen, um an den Anfang zu kommen, man muss den ganzen Turm noch einmal hoch. Nee, 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 da hast du gerade vertan. Habe ich mich da vertan? Nee, ich warst das nicht. Das ist, wenn man in den Bombschirm fällt, muss man einen Mirror nutzen. Stimmt, 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 stimmt. Wenn man Middle Hole wird, kommt man in den Bombschirmraum. Sie fragen gerade, welche Stimme was ist. Also die Stimme, die jetzt spricht, das ist der Krillepan. Der da. Also, meine Stimme ist gerade der rechte Bildschirm. Yo! Ich bin der, wo es zu sehen ist. Ja, genau. Und wichtiger Nebencharakter. Da, wo der Timer läuft, ist es Krillepan. Shots fired. Jetzt haben wir alle drei Pendants, jetzt geht's ab in den Wald. In den tiefen da, dunklen Wald. Ich will keine Bonks sehen, Leute. So, jetzt ganz wichtig, wir setzen gerade eine Ruby Route hin. Das bedeutet, wir beide pullen den ersten Tree, aus denen gibt es viermal einen blauen Rubin. Und das Problem ist, wir wollen nach vier getöteten Gegnern nochmal einen Tree pullen, sodass wir 80 Rubine bekommen, weil dort dann viermal 20 was raus, äh, viermal 20 Rubine rauskommen. Das Problem ist, werden wir in der Zwischenzeit getroffen, verlieren wir diesen Ruby State, nennen wir ihn mal so, und wir müssen uns Backup-Rubies besorgen. Was nicht ganz so schlimm wäre, denn es gibt im Hyrule Castle nochmal da vorne, Ruby Tree, dort könnten wir dann theoretisch nochmal das Backup uns holen. Kostet allerdings auch ungefähr, ich würde schätzen, 10 Sekunden. So, das ist der Moment, wo Link zum Jedi wird. Richtig. Link, Kenobi. Die beste Musik, nein, 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 die beste Musik hören wir leider nicht lange, haben wir eben gehört, ist die Bunny-Dark-World-Musik, als Bunny-Dark-World-Musik. In einer anderen Kategorie hört man nicht viel. Nee, das klappt nicht. Ich weiß. Sorry for my teaching. Oh, und ich bonke überall heute. Das macht die Nervosität. Wie gesagt, das Bonken ist eigentlich kein großes Problem, es frisst halt jedes Mal für umsonst Zeit und das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Dazu sind wir da. Wir bonken, sie sind wir. Genau, das war gerade eben der zweite Bau, da haben wir halt viermal die 20 Rubine. Und das bedeutet, wir haben jetzt theoretisch mindestens 104 Rubine, wir würden nochmal im Hyrule Tower selber sechs Rubine bekommen. Und 110 Rubine sind jetzt für den Part das Wichtige, weil wir brauchen zehn Rubine später, damit uns Kiki, ein kleiner Affe folgt, und 100 Rubine, damit uns Kiki dann den Palace of Darkness öffnet. Haben wir diese 110 Rubine nicht, oder werden zwischendurch getroffen, während wir Kiki dort zum Palace eskortieren, bräuchten wir jedes Mal nochmal zehn Rubine. Und auf alle Fälle 100, damit er uns den Palast öffnet. Greedy Monkey. Genau, Greedy Monkey. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade eine 101 Rubine. Muss ja gucken, wo ich die anderen drei herbekomme. Genau, also wir haben als Griech... Aber da gibt es ein paar Möglichkeiten. Genau. Mach's nicht wie ich. So, was ich jetzt hier in dem Raum mache, ist, ich werde die Gegner hier mit einer Dash-Attacke besiegen. Um das nicht ganz zu vertiefen, dadurch, dass ich die Gegner mit der Dash-Attacke besiege, droppen sie keine Items. Das ist später wichtig, weil durch diese Voraussetzung kann ich später im Turtle Rock eine Fee bekommen, die mir später nützen wird. Das sieht dann einfach echt so aus, sorry. Was ist das irgendwie verdecken? Ich hab paar harte Beine! Das sind nicht paar harte Beine, die ihr seht! Hahahaha! 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 Oh, herrlich! Hahahaha! Hahahaha! Ich versichere euch! Die beide Swordbeam haben! Genau, also Timon denkt immer, wenn man sich rasiert, ist man schneller beim Speedrun. Ah! Hahahaha! Ich kann die Kedash hier von beiden, weil sie beide Swordbeam haben. Okay. Ich korrigiere, Hutten. Oh shit! Ja, Hutten. Okay. Wow. Das ist jetzt eigentlich alles nur gucken, wie man die Räume am besten schafft. Genau, also es ist im Prinzip jetzt alles nur Movement, gucken, dass man die Gegner schnellstmöglichst besiegt. Also im Hyrule Tower passiert eigentlich nichts Großes. Das nächste, was jetzt wichtig wird, wir sind ja gleich beim Aghanim Fight. Aghanim hat eine Kampfabfolge davon. Er hat vier Attacken und hat dann einmal ein Lightning, also eine Blitzattacke, ein Lightning. Die erste Attacke von ihm ist jedes Mal ein Energy Ball. Den werden wir zurückschmettern, sodass er getroffen wird. Und die Attacken zwei bis vier haben eine 50% Chance entweder ein Blue Ball zu sein, der uns nichts nützt, weil wir den nicht zurückschmettern können, oder halt ein Energy Ball zu sein. Und Aghanim ist mit unter anderem einer der Gründe, warum ein guter Run zerstört wird. Weil Aghanim, und das glauben wir alle, riecht es, wenn man auf einer guten Pace ist. Er versucht gerade das Spiel zu erklären und ich versuche eigentlich nur das Problem mit der Hose zu... Sieht man noch was, Andy? Das wollt ihr doch eh nur alle sehen, sag zu, Leute. Ja, so, mal gucken, was wir da haben. Ich glaube, Krille ist ein bisschen ahead, oder? Ja, momentan bin ich ahead, ja. So, du wolltest im ersten Cycle. Hatte ich auch. Timo, ich komme gegen deine rasierten Beine einfach nicht an. Ich würde niemals tun. Drei Blue Balls. Das Einzige, was man in diesem Kampf optimieren kann, ist, dass man ihn von außen nach innen knockback, sozusagen. Dann kann es sein, dass er eine kürzere Warp-Animation hat. Und dann kann man halt eine halbe Sekunde oder was saven. Aber sonst kann man hier nichts machen, außer... Genau. Was ich jetzt hatte, waren drei Blue Balls. Und ich spreche mal stellvertretend für alle Runner unter uns. Alles so zwischen null und drei Blue Balls ist das, was man mental verkraften kann. Ja. Drei ist der Durchschnitt, sozusagen. Genau. Also es gibt, interessanterweise, es gab schon Leute, die hatten, es gibt maximal 16 Blue Balls, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber wir hatten schon Leute in einem Race, die hatten dann 15 oder 14. Das war schon Highlight-mäßig. Es kostet halt anderthalb Minuten Zeit. Also jeder Blue Ball und jeder Lightning-Attack kostet plus sechs Sekunden circa. Und das frisst halt ganz, ganz, ganz schön viel Zeit. Weil idiot. Da hat mich jemand gefragt, warum bei mir der Timer steht. Weil ich aus Versehen vorhin gesplittet habe und dann die falsche Taste genommen habe. Zum Wiederaufnehmen der Zeit. Oh. Jetzt dabei bring's auf den Weg zum Greedy Monkey. Genau. Mein persönlicher Lieblings-Part von dem Speedrun, weil ich kann die Light-World überhaupt nicht ausstehen. Aber die Dark-World, ich liebe sie. Allein die Musik ist schon besser. Das ist wahr. Wie gesagt, der nächste Dungeon, der ist relativ RNG-los. Das einzige, was uns nerven wird oder was uns Zeit kosten wird, ist der Hammer-Store-Fight. Und der Bomb-Jump, der gleich vorkommt. Zum Bomb-Jump werden wir dann gleich nochmal was erklären, weil der ist relativ speziell. Und hier haben wir Kiki und seinen gierigen Affen. Ich seh ihn noch nicht. Versteckt sich noch bei dir, ne? Genau. Was ich gerade hatte, das war relativ schlechte RNG. Der Moblin von unten, der ist in der Regel so, dass er uns keinen Sperr nach oben wirft. Tut er das? Haben wir Pech. Dann müssen wir irgendwie so uns orangieren, dass uns keiner trifft. Weil wenn wir ja getroffen werden, weil wir Kiki, während wir Kiki zum Palast eskortieren, verlieren wir Kiki und müssen nochmal 10 Rubine investieren. Ach ja, Kiki. Ach, Greedy Monkey. Ich weiß noch damals Casual-Zeit, wo ich einfach darum gelaufen bin und mir danach dachte, was habe ich denn jetzt am Arsch kleben? Es war ein Affe. Und was haben Sie am Hintern? Einen Kiki? Können wir das essen? Das ist so ähnlich wie diese neue Handy-Werbung mit diesen Empfangstrollen. Weißt du, was ich meine? Äh, ich guck kein Fernsehen. Das ist dasselbe Prinzip auf jeden Fall mit diesen Treuen da. Du guckst eindeutig zu viel Fernsehen. Ich guck kaum Fernsehen. Aber dann richtig. Okay. Okay. Hier an der Stelle gibt es eine kleine Gemeinheit. Wenn wir hier gegen die Wand gebombt wären, gäbe es ein Stairglitch. Dieser Stairglitch sorgt dafür, dass wir instant die Treppe wieder runterlaufen. So auch damals beim alten Weltrekord bei Crystal. Kostet ungefähr sieben Sekunden, glaube ich. Möchte man verhindern. Man kann ihn sogar entgegenbeugen. Kostet aber auch wieder ein bisschen Zeit, weil das Ganze natürlich wieder vorbereitet werden musste. So, wo ich jetzt hinkomme, jetzt werden wir gleich zum Bombjump hinkommen. Das Problem am Bombjump, er ist zweifach pixel-perfekt. Ich hab die Buchse voll. Wir haben sozusagen zwei Positionen. Die erste ist 40 Pixel und zwar von der Y-Achse aus gesehen. Und die zweite Position, die ist dann für Link, die befindet sich bei exakt 48 Pixel auf der Y-Achse. Und sie müssen so perfekt sein, damit wir eben auf dieser Rail, wo ich gerade reingeklippt bin, auch durchkommen. Anders geht es nicht und dieser Trick savent halt im Vergleich zu anderen Wegen bis zu 30 Sekunden. Also wenn man sich sehr unsicher ist mit dem Trick und mehr als eine halbe Minute und sogar den Trick failed, ist es meist sogar besser, wenn man den anderen Weg geht. Da muss man halt nochmal einen Key sich besorgen und alles, aber das geht auch. So, und gleich kommen wir zum wichtigsten Teil dieses Dungeons. Ich wollte gerade nochmal, ich hatte ein bisschen Probleme beim Bombjump. Okay, jetzt kommt die Sexy Statue. Ja, und ich bin gerade runtergelaufen, warum auch immer, genau. Jetzt kommt bei mir die Sexy Statue, die ist bei uns Speedrunnern so ein dicker Insider geworden. Mal gucken, ob ich sie hinbekomme, ich hoffe. Ja, sexy Statue, oh, die super sexy Statue. Sogar mit einem Pixel zu weit nach links. Perfekt, das ist die sexy Statue. Oh, das war so beautiful. So beautiful. Ich habe gestern meine zweite Sexy Statue gepackt. Jaaaa. Okay, wir sind auf einem Level. Bulls Eye. Oh, beautiful, Timo, beautiful. Also es gibt Gerüchte, dass einige Speedrunner den Run resetten, wenn sie keine sexy Statue haben. Ganz ehrlich, lohnt sich gar nicht. Das ist so viel Zeit, die man verliert. Ja, mein Bombjump war nicht der Beste, ich musste ein paar Mal mehrmals buffern und hatte einmal gerade einen Pixel-Busen drin, dachte ich dann einfach richtig klar war. Mir wurde gerade gesagt, ich habe so eine entspannende Yoga-Entspannungsstimme. Danke dafür. Sexy Statue. Also ganz wichtig, das sexy Statue bezieht sich mehr auf die Art und Weise, wie man sie bewegt, nicht darauf, wie sie ausschaut. Weil man sie sehr flüssig, erst nach unten und dann erst nach rechts und dann nach oben bewegt. Es ist einfach sehr flüssig und deswegen... Wir lassen sie halt nicht los, ne? Also was man nicht loslassen möchte, lässt man auch nicht los. So, jetzt sind wir bei Hammer Saw. Erste Phase, wir hammeren die Maske herunter. Und es gibt zwei RNGs hier in diesem Kampf. Die erste RNG ist dieser Tail Whip, den ich gerade zum Glück hatte. Und die andere RNG wären Fire Boats. Es ist immer gut, wenn wir keine Fire Boats haben, weil die Fire Boats uns halt treffen könnten. Und das wollen wir nicht. So, ich hab... Genau, die spielten sich auch nochmal übrigens. Genau. Man sieht es bei mir. Die Maske muss man 17 Mal treffen. Richtig. Ich hab grad so ein bisschen die Pussy-Streats gemacht. Normalerweise hittet man Hellmason nur mit dem Hammer, aber... Ja, da sieht man die Fire Boats bei Timo hier. Genau. Und ich hab halt mit dem Swords leichtes gemacht. Devolus, ich lese dir sehr gerne eine Gute-Nacht-Geschichte von. Aber ich muss sagen, bis jetzt ein sehr spannendes Rennen, denn Timmin und ich sind nicht wirklich weit auseinander. Es ist echt spannend auf jeden Fall. Und es gibt halt... Es waren wirklich halt 13 Sekunden wegen Blue Balls, glaub ich. Hm. Bomb Jump jetzt hast du, glaub ich, noch ein bisschen aufgeholt. Der war besser. Genau. Also was halt wichtig ist auch jetzt bei dem Raze, es gibt kleine Fehler, lassen sich immer ausmerzen. Aber wenn man zum Beispiel bei einem Endboss oder dergleichen stirbt, verliert man gerne mal eine Minute bis zwei Minuten, manche sogar drei Minuten. Also es kommt immer ganz stark darauf an, wo und wie man halt stirbt oder einen Fehler macht. Auch gerade hier für den Run, Timmin und ich werden gewisse Safeties mitnehmen. Das heißt, wir werden eventuell, wenn wir wenig Herzen haben, doch nochmal Herzen mitnehmen, die wir sonst nicht brauchen oder so. Oder sonst nicht mitnehmen würden in einem Run. Einfach nur, damit wir das Raze auch am Leben halten. Äh, Safety Items, oder? Nein, einfach nur... Genau. Also es gibt zum Beispiel, wir nennen es ja mal... Wir nennen es zum Beispiel Apple Babels. Wenn man gegen einem... Es gibt verschiedene Bäume, gegen die man dashen kann, dass man dort Äpfel bekommt, die einem Lebensenergie zurückgeben. Und das macht man halt ab und zu in einem Raze. Wunderbar, ich wurde getroffen, dann werde ich die Apple Babels gleich zeigen. Alles für das Raze. In einem Bird, oder? Ja. Und hier haben wir das erste, den ersten Item Dash. Item Dashes funktionieren in dem Moment, wo wir den Y und den A Button gleichzeitig drücken. Und es funktioniert mit jedem Item. Das Problem ist, dass nicht jeder Item Dash sozusagen einen sinnvollen Nutzen hat. Also zum... Es gibt zum Beispiel, was nehmen wir mal, ähm, zum Beispiel Item Dash mit den Medaillons oder so weiter. Das bringt einem nichts. Es funktioniert zwar rein technisch, aber es bringt einem nichts. Du kannst es, glaube ich, mit einem Cash an einem Baum machen, dass er dann sofort die Fairy aufpickt und in einer Flasche packt. Genau, es gibt... Und die Fairy auch noch spawnen sogar. Genau. Doppeltheoretisch eine Fairy sogar. Es ist nämlich so, es gibt eine andere Kategorie, die nennt sich Cane of Burner. Dort benötigt man... Nein, die heißt... Cane of Brian. Cane of Brian heißt die. Cane of Brian, genau. Und dort gibt es eine Möglichkeit, gegen einen Baum zu dashen mit dem Butterfly Net. Und dort ist es halt schneller, wenn man halt diesen Item Dash benutzt. Weil man, wie gesagt, man dasht gegen den Baum. Es erscheint die Fee und man catcht die Fee auch gleich. Ja, genau. Man catcht uns. Second Dick halt. Second Dick. Hattest du eine harte RNG, ne? Nein, die Flöte ist immer am gleichen Punkt. Warte. 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 So. Wenn ich jetzt fertig bin, also ich hole mir... Ich bekomme gerade... Ich habe gerade einen Vogel, sozusagen. Oder ich bekomme gleich einen. Bedeutet das, ähm... Ich kann mich mit dem Vogel, sozusagen, auf der Light World jetzt hin und her fliegen lassen. Brauchen wir später, damit wir einige Wege einfach abkürzen können. Ist halt gut für einen Speedrun, sag ich mal, ne? So. Und wenn ich in den nächsten Screen Rhyne komme, Rhyne, 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 Rhyne. Dann werde ich euch die Apple Battles zeigen. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Backup. Einmal hier gedasht. Einmal dort. Und wir sehen, da kommen ein paar Äpfel raus. Schnappen wir uns. Und wir sind wieder voll mit Energie. Wir haben hier mit der Spinspeed Strat jetzt. Die hat Krille gerade nicht benutzt. Krille ist einfach nach dem Bird einfach nach links und nach oben und nach links und wieder nach oben gedasht. Und Timo macht sich halt ein bisschen leichter und einfach den Spinspeed... Genau. Ist auch ein bisschen schneller. Dann ist es 10 Frames schneller. Ja. Wenn man Spinspeed gut drauf hat, also das ist nicht oft verkackt, dann kann man das ruhig nutzen. Genau. Aber... Oft ist es bei Strategien immer, was mögen die Leute? So. Also ich möchte schon mal... Wo fühle ich mich gut, wo fühle ich mich nicht gut? So bei welcher Strat? Ich möchte schon mal vorwarnen. Timo und ich werden bald beim Endboss sein. Und ich möchte unbedingt sagen, dass ihr alle beim Endboss dabei sein solltet. Denn es wird etwas besonderes passieren beim Endboss. Und sogar... Es werden verschiedene Dinge geschehen. Also ganz wichtig beim Endboss dabei sein. Ihr werdet etwas Interessantes sehen. Ich wollte ihn erklären, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das will. Was habt ihr euch überlegt? Das wird noch nicht fast sein. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler? Ich hätte es gesagt. Ich bin gespannt. Boah, lag. Das Spiel ist natürlich auch super bei Nintendo. Und als Casual hat man nie gemerkt, dass es wirklich laggt in dem Spiel. Jedoch, wir töten einfach keine Gegner, nichts. Das Dashen einfach durch und es fordert einfach extremen Legs manchmal. Erst recht, wenn Bosche explodieren oder so, dann lag das Spiel einfach. Bosche? Ja. In den Raum, in dem Timo jetzt kommt, das ähm... Boah. Ich muss gerade mal schauen, ob du den God Pixel bekommst. Schlechte RNG, leider habe ich schlechte RNG bekommen. Man kann in dem Raum auf jeden Fall den God Pixel erwischen, so nennen wir es. Und mit der richtigen RNG kann man einfach straight nach oben dashen und das ist halt einfach am schnellsten. Es ist halt einfach immer etwas schweres hinzubekommen. Man muss einmal den Pixel bekommen und die RNG haben. Ich hatte gerade einfach direkt gesehen, dass der Patrick Star werden die genannt. Die sind sauer, haben ihre Hose verloren. Bevor sich jemand fragt, ja, die aus Spongebob. Oder die aus Spongebob. Und dann bin ich halt einfach anders durchgedasht. Einfach versuchen, irgendwie am schnellsten durchzukommen. Drauf reagieren, was passiert. Generell das Spiel. Oh, warte ich... Ich werde auf alle Fälle noch Safeties mitnehmen. Ich habe schon wieder vier Herzen, nee, drei Herzen verloren. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück. Nö. Diese extra Bombe nehme ich mit. Genau, also die... Wenn man am besten sechs Bomben haben will in diesem Dungeon. So, die zwei werden jetzt gleich die Fake Princess mitnehmen. Das ist der Endpost dann von dem Dungeon. Genau, also ich habe gerade nochmal Herzen mitgenommen. Einfach, weil ich wie ein Depp gebongt bin und dann rein in den Zezek. Also diese Pferde, Viecher, die nennen sich Zezek, Blue Zezek oder Red Zezek. Viele nennen sie auch Horseheads. Horseheads. Ja. Ich bin halt immer ein Speedrunner, der ganz gerne auf sich auch die richtigen Namen merkt, weil sie sind doch irgendwie ganz cool. So, mal gucken. Gleich wird es interessant für uns. Jetzt dringend aufpassen. Timo ist ja auch nicht viel weiter hinter mir. Oh ja, sogar vor mir. Wow. Du LSD, ich Mirror. Oh Gott. Ich nehme aber den langsamen guten. So, wenn man in dieser Cutscene Anfang des Bossfights Tast drückt bzw. Select oder den Mirror benutzt, macht das Spiel komische Sachen. Ja. Das Problem ist, ich werde länger Spaß daran haben als Timmend. Bei mir ist es nur in dem Bossfight, ich habe tolle Farben. Deswegen heißt der LSD Blind. Zum Bossfight selber, es ist echt ein relativ leichter Kampf. Der ist komplett gescriptet und wenn man ihn immer gleich macht, ist der immer gleich. Es gibt da keine AMG. Es gibt keine AMG generell. Bei mir wird der Effekt gleich vorbei sein. Krille, hast du ein gutes bekommen? Ja. Also ich finde es sehr interessant. Ich sehe gerade den Livestream auch noch. Es sieht sehr schön aus. Einmal LSD, einmal Mirror. Tut mir leid an die Leute für Probleme mit den Augen. Bei Krille wird es noch ungefähr, was ist das, zweieinhalb Minuten anhalten. Ja. Und ich möchte schon vorwarnen, ich habe arge Probleme, mich jetzt zurechtzufinden in der Dark World. Ich habe dir gesagt, übe das. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich geübt. Okay. Also wer jetzt nichts mehr lesen kann, das ist normal. Wir haben, Becky, Jen, wir haben einfach nur verschiedene Glitches genutzt. Zwei verschiedene, um das zu zeigen. Das Problem bei mir ist jetzt, ich muss das Menü im Kopf haben. Sonst weiß ich nicht. Man muss die Glitches übrigens nicht machen. Nein, nein, nein. Es ist einfach nur ein Showcase. Genau. So. Guck mal das. So. Euch Krille. Viel Spaß. Ich bin echt unsicher bei den Menüs. Ne, also das ist auf alle Fälle eine Truhe. Man hat es ja ganz eindeutig gesehen. Das Gute ist, die Sprites sind bei Mirror dann ja richtig. Genau. Also man kann sich noch einigermaßen an den Sprites orientieren, aber ich fühle mich echt ein wenig hilflos gerade. Ja, aber bei mir kann man ja sehen, wie es richtig aussieht und wir sind ja auch nicht weit auseinander. Das sind meine auch. Das sind die gleichen Reaktionen wie bei, ich glaube, AGTQ. Das war, ich glaube das war bei AGTQ, da hat Andy den YBA Usuhara Bottle Adventure Glitch Run genutzt. Das Schlimme ist, der Glitch verschwindet auch nicht durch eine Mirror. Also wir haben noch relativ lange dran Spaß. Er verschwindet im Wald. Ja, also in sag ich mal ne Minute. Ja. Ungefähr. Minecraft-Hype. So, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns jetzt das Tempered Sword geholt. Und das Tempered Sword ist einfach mal doppelt so stark wie das Master Sword und wird uns gut dabei helfen, dass wir später durch die nächsten Dungeons kommen. Ne? Also man erkennt ganz eindeutig das Feuer noch, die Schmiede. Ripgrilles Capture Card, ja. Das ist gut. Oh, das habe ich vorher nicht hingekommen. Ich bin jedes Mal gegen die Häuserwand gedasht. Und wie man eindeutig gesehen hat, da war auch wieder eine Truhe. Die Rupees werden übrigens eingesammelt wegen den Flossen, was so niemand hier gesagt hat. Genau. Und wir brauchen 500 Rupees später für die Flippers, für die Fingerwebs. Hat sich jemand wundern? Fingerwebs heißen die, weil im japanischen, in den Credits, die so geschrieben stehen. Weiß keiner warum. So, und ich bin dann wieder im Skullboots und bin endlich das Gepixel los. Ja. Oh, da ist der Duro. Warum? Genau, und dieser Gypto-Room, der Gypto-Room, der braucht extrem viel Übung, weil es ist relativ schwierig. Am Anfang kann man zum Beispiel noch dazu sich entscheiden, einen Bumerang zu nehmen, dass man die Gyptos sozusagen paralysiert. Falls sie dann einen Weg laufen sollten. Richtig. Also es gibt so ein, zwei RNGs, da setzen sich die Gyptos auch fest. Und wenn man die hat... Hatte ich grad. Meiner war zum Glück. Es ist nur eine, oder? Nur der eine, ja. Ja. Es gibt auch RNGs, aber da hat man dann anfangs schon ein Stück zu langsam gespielt, da können sich tatsächlich auch beide festsetzen. Scheiße. Ich wollte die Bombe noch etwas früher setzen, wie man in der normalen Variante setzt. Aber... Ich hab die etwas zu hoch gelegt, da... Und deswegen hat Link die aufgenommen und ist nicht gedashed. Halb zu wild. Und es ist nicht so viel Zeit. Also der Run wird noch so locker, sagen wir mal, gute 40 Minuten gehen. Wenn überhaupt. Wenn uns jetzt nichts Großes Böses passiert. Haben wir ganz kurz Zeit für eine Donation? Natürlich. Ja, gerne. Es kam nämlich eine Donation rein von Watte.org. Fünf Euro für Sexy Timon. Kommt, Jungs, da geht noch mehr als fünf Euro für den Sexy Timon. Nackt rund besser. Oh Gott, ist das jugendfrei? Oh man, man, man. Das Problem bei diesem Endboss bei Mophila ist, normalerweise bekämpft man Mophila mit dem Master Sword. Und das Problem ist, wenn wir das Tempered Sword haben und Mophila gegen einen der Spikes schlagen, dann wird der Damage, äh, wie sagt man dazu? Negiert. Negiert. Das heißt, wir müssen ihn entweder mit Pokies treffen, also man hat das Schwert draußen gehalten und dasht immer schnell hintereinander. Oder aber man schlägt ihn in eine freie Zone und das ist relativ kompliziert. Also man ist froh, wenn man am Anfang relativ zügig ihn da umschmeißen kann. Weil ich weiß, Spikes, die sich im Raum bewegen, da kann man sie gegenschlagen, also da fressen sie noch Schaden. Weil die an der Wand sind da. Es ist so, dass Spikes, die sich im Raum bewegen, werden zu Sprites. Also werden wirklich zu Objekten im Spiel. Die, die am Rand sind, das sind keine wirklichen Objekte. Die existieren theoretisch gar nicht. Das kann man, wenn man eine bestimmte Layer im Ambulator ausstellt, kann man das sehen. Das sind Subjekte. Hype. Also mein Bossfight war sehr gut, ich weiß nicht wie deiner war. Meiner war in Ordnung. Super. Weiter geht's. Jetzt sind die beiden auch schon auf dem Weg, sich die Lossen zu holen. Und ich hatte die seltene Begebenheit, dass ich aus Versehen mich bewegt habe, während die Ente, nicht der Vogel, die Ente. Die Ente. Quack, 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 quack. Und dann kann es passieren, wirklich, es passiert fast nie, dass man einfach... Ist jetzt Zeit für so einen schlechten Witz? Soll ich einen erzählen? Ja. Ja. Ja, oder? Okay. Kommt eine Ente ins Milchgeschäft und sagt, Quack. Oh Gott. Ich sehe einfach nur Timmons Face gerade. Oh, herrlich. Ja. Ich habe übrigens die Notary. Hier an diesem Dash, wo man gerade durchgedasht ist, kann man getroffen werden. Ja, genau. Zum Glück ist das den... Glaube ich keiner von uns. Was? Ich sehe gerade, der Sprite kann sich bewegen. Zum Glück kommt er nicht aus Wasser, weil ich habe vergessen, ich habe nicht gesehen, dass ich den Stein nicht in den Ring geworfen habe. Ich habe gerade viel blöder gedasht. Sehr schön. Oh, die Face bei mir wäre ein Witz. Ja. Ihr seid auch gnadenlos, oder? Da gibt es sogar manche, die posten mehrere. Oh mein Gott, die können mehrere Sachen posten. So, jetzt sind wir in Source Domain und dafür brauchen wir 500 Rubine. Die anderen 98, die ich zum Beispiel noch habe, die braucht man einfach nicht. Richtig. Richtig. Aber da die Kisten 300 Rubine haben, es gibt keine 200er Kisten. Ich glaube, der Face beim war gar nicht wegen dem verworfenen Stein, sondern wegen dem Gewitz. Ja, natürlich war der wegen dem Gewitz. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Timo, deine Reaktion ist in der Bombe. Quark. Oh, stop it, please. Please. Don't hurt me again. Ich komme durch einen Teleporter, mit dem wir dann direkt zum Dungeon 5, zum Eispalast kommen werden. Perfekt, 4-0-4, Witz nicht gefunden. So, und der Eispalast kann jetzt echt interessant werden, weil wenn wir hier den Endboss oder irgendwas verbocken, kostet das relativ viel Zeit. Also heißt, wenn wir hier beide gut durchkommen, wird das Rest des Runs eigentlich sehr, sehr spannend. Oh, und ich habe mich vertan, ich muss einen Backup-Pot nehmen, sonst habe ich keine volle Magie für Cold Stair später. Und das ist auf alle Fälle notwendig, denn Cold Stair hat in der ersten Phase eine Eisschale und diese muss mit 8 Fire Rods bekämpft werden. Ja, das ist der einzige Run bei mir in diesem Marathon. Man muss halt einfach die komplette Magic aufbrauchen, um das Eis zu schmelzen. Genau. Es gibt einen Glitch, der letztes Jahr gefunden wurde, das war mal mit voller Herzen mit Sword Beams. In Kombination zu den Fire Rod kann man mit einem Fire Rod Schuss zweimal Schaden machen. Das heißt, vier Fire Rod für die erste Phase. Jedoch sind wir in diesem Run nie voller Herzen. Nein Cold Stair. Genau. Aber das hat einer, ein relativ neuer Spieler irgendwann sogar mal gefunden. Die war weit links. Ja. So, jetzt wieder ein bisschen Bomben, gleich ein Bomb Jump. Das ist ziemlich scary, weil wenn man den verkackt komplett, muss man den kompletten Dungeon neu machen. Ja. Auch hier ist wieder zweimal pixelperfekt stehen, einmal pixelperfekt stehen, um die Bombe zu legen und einmal nochmal auf den richtigen Pixel kommen, damit man halt rüber geschossen wird. Genau. Aber der Unterschied zum Bomb Jump im Palace of Darkness ist, dass es hier mehrere Kombinationen an pixelperfekten Positionen gibt. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da gut durchzukommen. Das heißt, wenn man eine verbockt, dann gibt es immer noch eine andere. What? Wie bin ich denn... Wie ist das denn jetzt gerade passiert? Bin irgendwie an den Switch vorbeigelaufen und habe es echt nicht gemerkt. Shoutout zu ohne Soundspielen. Nice. Wow. Du hast ja sogar noch die Tür umarmt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich dann gewundert, warum ist die Tür nicht auf? Egal. Krille stirbt gleich noch. Alles gut. Ja. Dein... Dein Timer ist gestorben. Coldstar an sich hat auch mehrere Strat. Ich weiß gar nicht, welche machst du gleich Krille? Ich versuche die Pokey Strat, wenn es geht. Die One Poke wahrscheinlich. Oder One. Two Poke oder One Poke? Äh, Two. Two sogar. Ne, Six Slash. Six Slash, ja. Ja. Also der... Die Sache ist, normalerweise hätte ich die Pokey Strat gemacht. Aber je nachdem, wie man beim Swordspin Coldstar nach rechts schlägt, desto wichtiger ist zu entscheiden, wann man ihn macht. Je weiter er zur Mitte ist, umso eher macht man die Pokey Strat. Je weiter er nach rechts geschlagen wird, umso eher macht man die Six Slash-Strategy, die ich gerade gemacht habe. Ja, das ist auch ein Fight, der eigentlich öfter immer denselben Ablauf hat. Genau. Wie gesagt, ich hätte, wenn ich ehrlich bin, gerade fast den ersten Fire Roadshot verpasst. Aber der hat zum Glück noch getroffen. Du musst halt auch ein bisschen auf die Eisblöcke achten, die von oben runterfallen. Genau. Aber die lassen sich eigentlich ganz gut manipulieren. Ich wurde leider relativ früh im Fight getroffen und deswegen hat es dann alles ein bisschen schwieriger gemacht. Na, dang. Ein bisschen... Hätte sehr leicht sterben können, weil Putz, der selber vier Herzen abzieht und das Eis zwei Herzen. Das Spiel denkt an diesen Zeitpunkt, ab diesem Zeitpunkt, dass man die Blue Male hat. Haben wir aber nicht. Die gibt es in diesem Dungeon. Die große Chest hat die Blue Male. Genau. Und deswegen machen wir danach direkt erstmal den zweiten Dungeon, weil wir Angst haben, getroffen zu werden. Weil nach diesem Dungeon, der wirklich mehrere schwere Strategien brauchte, jetzt kommt der Swamp, wo einfach... Kann man dann hängen lassen, sag ich mal so. Lass hängen, lass hängen. Da ist echt... Kann man nicht viel falsch machen, sag ich mal. Es gibt viele kleine Dinge, die Zeit kosten, aber... Swamp kann ziemlich trollier sein mit den Gegnern, die dort sind. Ja, aber die Gegner ziehen alle nur ein Herz ab. Ja, das ist das Gute. Ja. Hier wird der Block einfach weg, Camero. Genau. Hier nochmal zu dem Raum muss ich sagen, Shoutouts, ganz große Shoutouts zu Xelna, unserem Weltrekordhalter. Es ist immer wieder wahnsinnig zu sehen, wie er es schafft mit dem Dash zurück, noch überhalb, oberhalb der Fairy, langzulaufen. Es ist so enorm, krasses gut Timing. Anders oder unglaublich. Eddie kriegt's auch ab und zu hin, ich hab's aber noch nicht. Ich hab's noch nicht wirklich hart gelernt, aber... Anti-Fairy Skip? Ja, Anti-Fairy Skip. Genau. Es ist echt... Man muss sich manchmal ganz komisch hinstellen und an dem Ding ziehen. Das ist... Weiß nicht, ey. Man kann echt so weit links stehen und dran ziehen. Das ist echt... Haft dran ziehen. Verdammt. Äh... Es ist echt nicht leicht. So, wie gesagt, wir sind jetzt im Swamp Palace. Der Swamp Palace ist eigentlich der zweite Dungeon. Und der zweite Dungeon hat halt keine großen Herausforderungen. Wir haben keinen Bombensprung, wir haben keine großen Glitches oder dergleichen. Es ist wirklich nur Movement und präzises Bewegen. Das einzige, was am Ende etwas tricky ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Argus, den Endboss dieses Dungeons, zu besiegen. Und ich hoffe, dass einer von uns beiden den Zero-Cycle hinbekommt, um zu zeigen, was die perfekte Art und Weise ist, Argus zu besiegen. Es ist sehr... Really impressive. Tim hat ihn geübt. Ja. Das würde ich schon fragen. Also wir... Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. PB hat ihn nicht. Echt? Vielleicht... Ne, hat nicht. PB hat ein schlechtes Swamp. Aha. Ich hab vielleicht 50% Success Rate bis jetzt auf den. Also... Es lohnt sich wirklich, die Boss-Strategy zu üben. Es braucht zwar vielleicht 10 Stunden insgesamt zum Üben, dass man die mal einigermaßen gut hinbekommt. Aber... Es saved halt 6 Sekunden. Und das ist schon viel für einen Boss-Schein. Was zum Beispiel... Die verschiedenen Strategien, die wir bei Krille und mir bei meinem Code-Stair eben gesehen haben, ähm... Die saved jeweils nur eine Sekunde für eine Strategie. Und das ist halt wirklich nichts. Wie gesagt, was man gerade gesehen hat bei den Schaltern, die ich betätigt habe. Ähm... Es ist relativ risikoreich, weil sonst muss man die nochmal betätigen. Aber ist für einen guten Run eigentlich unerdenkbar, weil... Es ist sehr gut, wenn man schon mal 3-4 Teile sich vorher wegbewegt hat. Ich muss zu dem Punkt mal Danke sagen, weil das ist echt eine gute Visual Queue. Ich hab da nie drauf geachtet, wie oft der wackelt. Ich auch nicht. Ich mach's immer so per Gefühl. Also Jungs, dreimal und beim dreieinhalbmaten verschwindet er denn. Das ist echt cool. Ja, das ist zum Beispiel, was ich an unserer Community auch so toll finde. Es gibt immer wieder neue Wege und Möglichkeiten, Dinge zu vereinfachen oder zu entdecken. Oder halt Visual Queues sind immer oft dabei. Also visuelle Merkmale. Wir haben auch viele Audio Queues in dem Game. Also es ist unfassbar, wie nach langen Jahren in diesem Game immer noch neue Sachen hinzukommen. Chest and Hype. Chest and Hype. 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 Es ist die Möglichkeit, wenn man eine Truhe aufmacht, hat man ein Frame nach dem Aufmachen sich noch zu bewegen. Das heißt, wenn man in diesem Frame eine andere Richtung drückt, sieht das so aus, als ob man nicht die Truhe anguckt, während man die aufmacht. Genau. Regurg. Generell. Es ist swag. Also safe nicht. Genau. Wirklich. Es gibt halt einige Strategien. Die sehen nur toll aus, aber ansonsten bringt es nicht. Wow. Gibt es eine Twitter-Umfrage gerade über uns? Ja. Echt? 20% sagen, dass du gewinnst. Leute, glaubt an Timmen. Hä? Um das mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Timmen ist der seit letzter Woche, wenn ich mich nicht irre, schnellste deutsche Speedrunner in der NMG-Kategorie. Genau. Jetzt dürfte alle einmal klatschen. Applaus, Applaus. Und... Es ist wirklich, dass seit, ich glaub, 1, 32, 1, 33 Krillepan und ich, wir PB'en, jeder einmal abwechselnd. Genau. Also momentan... Ah, ich hab den Schlüssel vergessen. Wie macht man denn sowas? Oh Gott. Wie gesagt, Timmen ist gerade erster deutscher Speedrunner, ich der zweite deutsche Speedrunner. Und jetzt versuchen wir einen Zero-Cycle-Argus hinzubekommen. Wünscht mir Glück. Glück. Ich hoffe, Fels. Kratz. Ja. Nice. Kratz. Nein! Ah! Ah! Menü! Also ich habe es fast geschafft, ich hab aber mein Menü gerade verbockt. Es ist halt relativ schwierig. Muss ein bisschen mehr hören. Und ich hab auch... Also mein Argus-Fight war kompletter Trash. Ich hab noch nicht mal einen Zero-Cycle hinbekommen, keinen One-Cycle. Es ist halt sehr schwierig, weil es bedarf einer relativ exakten Steuerung, relativ genaue Inputs. Doch komm schon. Ne, leider auch nicht. Ähm, in der zweiten Phase kann man auch sich entscheiden, wie man Argus killt. Ob man ihn zweimal Spin-Attack oder ob man, ähm, den Quick-Kill macht. Oh, Timo, das war echt knapp. Ne, das war einfach... Ich wurde doof getroffen. Ne, ich hatte... Ich hab extra noch gesehen. Okay, ich kann eh noch zweimal getroffen werden. Hast du den Quick-Kill gemacht? Ne. Ich stand ziemlich weit in der Mitte des Raumes. Oh, Ewok, das ist ein böser Bird. Timon kann doch gar nicht gewinnen. Er hat gar keinen Timer laufen. Nein, ich habe schon gewonnen. Was ist falsch? Ach, das war eigentlich nur eine Desert Palace PB, oder? Ja! So, und dann befinden wir uns... Eddie, sag mal gleich, wie viel Krillung für er hättest. Ähm, ja, kann ich vielleicht machen. Es ist noch alles drin. Definitiv. Da gehe ich von aus. Timon und ich sind Meister darin, bei Ganon am Schluss nochmal ordentlich zu verbocken. So, hier machen Timon und ich immer etwas unterschiedlich. Timon schnappt sich nach dem Swamp immer als erstes das IFA Medaillon und ich schnapp mir als erstes den Ice Rod und danach genau andersrum. Es macht definitiv keinen Unterschied, weil es beides mal sozusagen von Flugpunkt ausgeht. Es saft keine Zeit. Es ist genau dasselbe. Wir machen es nur andersrum aus Gewohnheit. Krille ist 25 Sekunden erweit. Ich mach jetzt gleich ein Glitch, dann natürlich Sword Climb. So eine Kombination aus Hook Dash, Pumpen, Schwert raushalten und schnell laufen. Ha! Ich hab nur eine Krabbe umgebracht. Sehr gut. Ein Tag mit toter Krabbe ist ein guter Tag. Wow. Ich weiß gar nicht, macht es noch einer nach dem Meier sich den Ice Rod holen? Jaden. Jaden macht es noch. Ja, also wie gesagt, wann man sich den Ice Rod holt, es macht absolut zeittechnisch gesehen überhaupt keinen Unterschied. Weil es ist halt, die letzten Dungeons, die beginnen damit, dass man halt die Flut benutzt, also sich sozusagen teleportiert. Und ob man dann danach zum T-Roc fliegt oder das ist ja davor, ist es völlig egal. Hauptsache man macht es. Und was auch eine große Sache ist halt bei Zelda ist, dass man die Menüs gut drauf hat. Oh, was war das denn? Ja. Weil wenn man die Menüs nicht gut drauf hat, kann man dort sehr, sehr viel Zeit verlieren. Deswegen, es ist eine Sache, die man eigentlich nie wirklich übt, aber man lernt es halt dadurch, dass man viele Runs macht. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen sozusagen mein tausendstes Jubiläum. Den tausendsten Attempt, einen NMG-Run zu beenden. Shoutouts to myself. Warte, ich muss hier hier. Kappa. Kappa. Kappa Ross ist besser. Oh, vielleicht. So, und jetzt sind wir Misery Meier angekommen. Einer meiner persönlichen Lieblings-Dungeons. Ja, beide volle Herzen, also good luck on Meier too. Der macht eh nur die langsame Strat. Machst du die schnelle? Ich versuch's, ja. Genau in dem Raum muss man halt einfach alle Gegner so schnell wie möglich totkriegen, damit sich die Tür öffnet. Ja, gibt's da nichts zu sagen. Zeigt mir alle den Kappa Ross, ich liebe Kappa Ross. Timo wird jetzt versuchen die schnelle Strat zu machen. Leicht verfehlt. Dammit. Es ist möglich, alles in one cycle. Hey, ReJHawk, dank dir. Yo, Jay. Kappa Ross. Hey, RealJ, what's up? RealJHawk ist auch ein anderer Speedrunner in Zelda. Die ganzen Kappa Ross. Kappa Ross, ich liebe euch, ich liebe diesen Kappa Ross Smiley. Was soll der genau aussagen? Kennst du nicht Bob Ross? Der hat früher im Fernsehen immer Bilder gemalt. Und er hat nie Fehler gemacht, immer just little happy accidents. Falls wer fragt, warum Twitch das gerade gemacht hat, Bob Ross hat bald Geburtstag und als Special gibt's von ihm einen Livestream, wenn ich mich nicht irre, wo auch er malen wird und deswegen gab's diesen Kappa Ross auch dazu. Sehr, sehr schick. Was man vielleicht noch zu Maya sagen kann, man sollte so wenig Herzen wie möglich verlieren, da man echt Herzen braucht für den Boss, also für Vidi. Ja, man nimmt beim Boss-Files einfach automatisch Schaden und nicht schnell zu machen. Damit man Vitreous überlebt, braucht man mindestens, sag ich mal, sieben Herzen, wenn man so die Standardstrategie benutzt, weil man wird insgesamt sechsmal getroffen und jedes Mal verliert man, wenn man nur vom Schleim getroffen wird, insgesamt pro Attacke sozusagen ein Herz. Und noch schlimmer ist, wenn man von einem Auge später getroffen wird, dann gibt's nur noch die Corner of Shame, Shame Corner, wo man sich in die Ecke stellt. Safety Corner. Safety Corner, genau. Wo man sich in die Ecke stellt und... Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich werd da auch mal getroffen. Nee, wie gesagt, es ist halt, es gibt halt Strategien, die sehen gut aus und es gibt Strategien, naja, reden wir nicht drüber. Boah, dreckiges Skelett. Zum Beispiel hier auch im Mire macht sich das halt sehr gut, dass wir das Sanctuary Heart mitgenommen haben, weil dieses Sanctuary Heart sichert uns jetzt nochmal zu, dass wir einmal extra getroffen werden können. Wie gesagt, das sind drei Sekunden, die man verliert und es bietet einem ungemein eine sehr hohe Sicherheit. Ja. Au. 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 Ich auch, ich auch, ich auch. Und ich wär fast gerade von den Wrissrobes, von den Zauberern getroffen worden. Das wäre schlecht. Richtig, weil die Wrissrobes... ... vier Herzen halt. Richtig, die Wrissrobes sind richtig böse. Echt, ich hab drei. Die machen bösen Damage, ja. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Da war ich ein Stück zu schnell. Der Switch sollte eigentlich getroffen werden. Ja. Hab ich die gleiche Scheiße gemacht? Nee, du bist weiter. Auf jeden Fall auch Mist gebaut. Ja. Mal gucken. Ich habe den Block einfach zu weit rechts positioniert. Ich bin einfach zu früh runtergedasht. Aber, just a little happy accident. Never happened before. Never happened before, genau. Yo. Nice stretch. Take 15 frames. So, und jetzt kommen wir zu Vitreus. Das ist das Ding, was gefährlich werden kann. Wow. Ich gebe zu, der erste wäre fast daneben gegangen. Aber glücklicherweise bin ich fast... fast nicht getroffen worden. Okay, ich gebe zu, ich habe nicht mitgezählt. Es war ein perfekter Fight. Es war ein perfekter Fight. Zero-Cycle, besser geht's nicht. Ja. Aber wie gesagt... Wenn man zu langsam ist, kann es passieren, dass er halt so genannte Lightning schießt, also Blitze. Das liegt dann einfach daran, dass man zu langsam war. Dann ist er kein Zero-Cycle. Das Problem bei mir war, ich habe One-Cycle gehabt. Ich habe den Fight mit sechs Herzen begonnen. Es ist definitiv möglich, aber es ist... Einfach, man übt den Fight mit sieben Herzen mindestens. Dass man dreimal wirklich reingehen kann. Spinnen kann. Und ich habe nicht gezählt bei dem einen Auge. Deswegen dachte ich, mit einem Pfeil werde tot. Egal. Aber ich werde mir mal fix was zu trinken holen. Ich mach das. So. Dann mal noch drei left. Drei Splits, genau. Chip holt Felsen in Gennets Tower. Und es trennt uns nur eine Cutscene, Timo. Das kriegen wir noch hin. Ich warte dann auf der Pyramide auf dich, ne? Mach das. Ich glaube, das ist gerade eine richtig schlechte Pace. Aber egal. Frag mich mal. Ich kenne mich doch ohne meine Splits nicht aus. Ich kenne mich ohne einen Timer nicht aus. So, das Trollige hier an dem Death Mountain ist jetzt, wir haben wieder die Death Rocks. Und wir versuchen halt, möglich durchzukommen, ohne von den Death Rocks getroffen zu werden. Ohne von den Mountains. Also von den Flying Cabbages. Es ist halt relativ anspruchsvoll. Und man kann sehr leicht, sehr wahnsinnig werden, wenn die Teile einen halt andauernd blocken. Was ist unsere PB? Meine PB ist eine 1,27,13, glaube ich. Und Timon, Steiner? 1,26,47. Wieder da. PB. Aber wie gesagt, man kann bei Timon und mir von ausgehen, wir sind eigentlich beide auf dem gleichen Level. Ja. Deswegen macht es auch immer sehr viel Spaß gegen Timon zu runnen. Ist einfach schön, wenn man sozusagen einen Sparing-Partner hat. Die Squirrels, wo keiner weiß, warum die Squirrels genannt werden, aber werden Squirrels genannt? Nerven. Wird gerade fast geblockt wieder. Okay. Okay. Ich bin jetzt schon im T-Roc drinne. Und jetzt kommt der Grund, warum wir uns vorhin versucht haben, eine Fee zu sichern. Wer sich noch erinnert, ich habe im Hyrule Tower die zwei Guards gekillt mit einem Dash. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann bekomme ich bei einem der nächsten Gegner eine Fee gedroppt. Ich werde nochmal sagen, denn auf welcher das denn ist. Und ich versuche jetzt eine relativ risky Strat, und zwar den Roller-Spike-Skip. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Ich bin behind, wie soll ich machen? Nein, ich bin gut drauf. Mir geht alles. Mir geht's super. Alles. Perfekt. Wenn Roller-Spikes gibt, muss man halt vier Herzen? Drei. Vier Herzen? Drei? Also drei zieht es einen Roller-Up. Wow. Und ich könnte ein sehr gutes, so großes Problem haben. Oh-oh. Es ist mir ehrlich, es ist mir noch nie in meinem Leben passiert. So, ich habe jetzt gerade die schlechteste RNG für die Chomps bekommen, die es gibt. Aber egal, es gibt Alternativen. Sag mir nicht, du hast was vergessen. Es ist mir noch nie. Ja, ist das jetzt dein Ernst? Die Fackel war noch am Leuchten. Wow. Ach, die haben dich dingfest gemacht. Oh je, ich verstehe nicht. Die leuchten noch, die leuchten noch. Ich will nicht, dass sie leuchten. Ich will nicht, dass sie leuchten. Komme ich überhaupt die will zurück? Geht aus. So, jetzt kann ich den Raum richtig machen. Verdammte Scheiße. Oh, Timon, es tut mir so leid. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Die nicht getroffen habe. Weißt du, ob ich ein Triller in diesem Can of Brain-Race, wo wir da die ganze Zeit an den Fackel saßen und wussten nicht, wie wir die anzünden sollen? Ja. Chess-Turn, Hype. Hype. Oh, sexy Chess-Turn, aber. Die Chess-Turn, die ich gerade gemacht habe, ist einer der allerwenigsten Chess-Turns, wo es wirklich etwas bringt, eine Chess-Turn zu machen. Er saft halt, er saft wirklich nur ein fucking Frame, aber dort geht's halt. Rummel. Wenigstens habe ich die Fee bekommen. Oh ja, das ist aber gut. Vor allem hat es so wenig Atem. Ja. Ja, ich hatte die Fee zwar auch gut vorbereitet, aber wie man sieht, ich habe sie leider erst bei dem fünften Gegner seiner Art bekommen. Nee, beim vierten. Blunt Bunny. Stop, dude. All these Chess-Turns. Blunt, was ab? Blunt Bunny, sehr guter Zelda-Runner. Ja, unbedingt auch Blunt Bunny folgen. Er macht sehr, sehr gute Runs. Ich habe aus Versehen meine Zeit umgebracht. Yo, Joe ist hier, too. Oh, jetzt wird sich beschwert, wir fluchen so viel. Tut uns leid, das ist bei Zelda-Speedrunnern so. Schauen, ob Timo perfekte Poke-RNG bekommt. Das wäre natürlich nice. Man bekommt immer eine perfekte RNG, wenn man behind ist. Hey, Joe. Jetzt kommt die neue Strat hier. So, was ich gerade gemacht habe, war der perfekte Laser-Skip, sogar der Risky-Laser-Skip. War der coole Strat. Scheiße. Du bist sehr weit ahead. Jetzt. Ich glaube, Krille müsste schon sterben. Ich wollte die Magie-Drop-E haben, deswegen... Ah, ich bin dumm, ich habe den Soundbeam mitgenommen. Egal. So, und willkommen zu Try-Nix. Wie wir sie auch nennen, Try Hard Next Time. Try Harder Next Time. Und das Problem, sage ich mal, für den Casual-Player ist immer, dass ihn meistens, bevor Try-Nix in die letzte Phase geht, die Energie ausgeht. Und das versuchen wir halt, durch diese Ich-bekämpfe-ih-von-hinten-Strategie möglichst zu verhindern. So, was ich gemacht habe, war schlecht. Denn eigentlich versucht man, den Spin zu releasen, sodass man dann ihn gleich zweimal trifft. Meistens ist es nur einmal, ist relativ genau. Aber es ermöglicht uns, ihn möglichst schnell zu besiegen. Patch Up, das ist nicht nett. Es würde keinem auffallen, wenn man Grill ist, einfach nochmal mit Monitoraufnahme aufnimmt und bei Tim einfach einfügt. Ei, ei, ei. Was wird das? So, und dann befinden wir uns auf dem Weg auf die letzten beiden Splits. Einmal noch der Ganon Tower. Einer muss noch Try-Nix-Psy-Den-Gest machen. Also ich persönlich auch einer meiner Lieblings-Dungeons der Ganon Tower, weil er verlangt einfach nochmal vom Speedrunner alles, was man seinen Tricks drauf hat. Movement, Reaktion. Richtig. Das altbekannte Gauntlet wird uns dann meistens zeigen, wer es denn gut drauf hat. Rechen wir dann nochmal an, wenn wir so weit sind. Das Interessante bei diesen Löwen ist, wenn man einen Low-Procent-Run macht, dann hat man nur einen Master Sword an der Stelle. Okay, perfekter Try-Nix-Fight, wenigstens bei mir. Und das Gemeinde ist, man kann mit dem Master Sword nicht durch diese Löwen dashen. Und ich glaube, jeder erste Low-Procent-Runner hat diesen Fehler schon gemacht. Ja, es ist alles gut. Run ist okay. Es ist nur schade, dass man ganz komische Sachen macht. Oh, Blunt. Nance Game. Glaube nicht, dass man nicht wie viel ist. Ich könnte ihn nur Sankard mitnehmen. Ey, was wollen das? Voll assi. Blunt, you did miss the file names. Unfortunately. Echt. Tim und du hast einen neuen Weltrekord mit 0-0-0-0. Tim und du bist auf jeden Fall schon mal der Sieger der Herzen. Der Rest stellt sich ja noch heraus. Die Hosenaktion bringst du dann nochmal irgendwann bei LTDQ und dann liebe ich dich. und viel Herz. Keine Ahnung, war das ein Herz? So, was ich jetzt mache ist, ich bonke einmal mit Absicht. Königs. Nein, ich bonke nicht mit Absicht. Ich habe gerade den Teleporter verkackt. Den wird dein Timmy nachher zeigen. Boah, den kann ich nicht gut, den Trick. Oh Gott, eigentlich verbockt man diesen Trick nicht mehr. Das Miese ist, wenn man ihn verbockt hat und dann Double Warps und dann Diagonal runter und dann nochmal Warps, das ist noch bitterer. Echse, das klingt wie Erfahrung. Das ist halt leider so. Timman hat den Weltrekord in keine Hosenprozent. Ich stehe gleich auf, gehe in die Cam und zeige euch meine Hosen. Das klingt gerade ein bisschen komisch. Wir haben jetzt nochmal einen Arm aufs Zweit gehabt. Ja, der absolut verbockt wurde. Niemand hat braune Hose gesehen bis jetzt. Geh weg. Auch hier benötigt man nur 18 Pfeile und ja, das ist halt nur auf Eis. Oder 23 Pfeile, wenn man es nicht packt. Ja. Oder 23, wenn man es nicht packt. Schade, hätte der letzte Pfeil getroffen, dann hätten wir das auch noch so geschafft. Jetzt kommen meine Lieblingsräume vom Ganon's Tower, die Mimik's Room. Äh, Road of Deep Germans, ja. Da war die Firenames. Blunt. Der Mimikro macht echt Spaß und meine Perfekte in meine Handelkons. Oh my god. Aha, Django JJ scheint dich zu kennen, Timmen. Ich weiß auch genau, wer das ist. Gute Handel. So, wenn ihr gerade Zeit habt, ich hätte noch zwei Donations. Ja. Hau raus. Yo, einmal 20 Euro von Pestis. 616. Hallo zusammen. Jetzt muss ich mir nur ausdenken, was ich hier reinschreibe. Ach, draufgepuppt. Fügt von mir aus einen geistreichen Kommentar hinzu. Ich mag das Spiel. Einmal 15 Euro von Hotschrott. Let's get ready to rummel. So, wie gesagt, das Gauntlet, das erfordert noch mal alles vom Spieler. Hat auch viel RNG in sich drin. Ist meistens madig, sag ich mal. Also es kann sehr viel passieren, dass man getroffen wird. Man kann sehr viele Herzen hier verlieren. Es sind Spikes da, es bewegt sich alles, es sind Gegner da, also alles, was das Zelda-Herz sozusagen benötigt. Meine Inputs, ich verstehe es nicht. Naja, egal. Und das war gerade ein sehr schön gezeigter Zero-Sycle. Das war nice. Die beste Art und Weise sozusagen, den neuen Gegner nochmal hier zu besiegen. Es gibt Kategorien dort, Perfekt-Mimics, na, wenigstens. Grazie. Manches geht da. Über Eisarmus, sehr verkackt. Habe ich auch. Nein, sehr. Es gibt halt auch Runs, wo man die Lenmos, die ersten, under, also ganz zum Schluss besiegt, weil dort hat man dann schon den Feuerstab und das geht halt wesentlich schneller, wenn man entsprechend denn schon mit Sherry oder nicht, mit Sherry oder nicht. Nein. Ich hatte hier, da unten ist da ein Bombenraum, wo Ferries drin sind. Aber, mhm. Ich stehe das mit Vieherzen durch. Irgendwie. Weiß ich noch nicht wie, aber irgendwie schon. So, ich hoffe, ich verkack jetzt die Bombe nicht, wie beim Practice Run vorhin. Nee, kann jetzt nicht. Keinen CS jetzt. Gibt's nochmal einen Moldom-Fight. Genau. Und dieser Moldom kann auch sehr trolly sein. Zumindest können wir ihn wesentlich schneller besiegen. so, die Standardvariante ist ein Dash oder eine ein Sword Slash und dann eine Spin Attack. So können wir auch komplett seine letzte Phase überbrücken, sodass er sich nicht schnell bewegt. Und es gab halt schon sehr viele gute Runs, die an diesem Moldom nochmal krepiert sind. Ja, mein letzter. Ja, das kann sehr mies sein manchmal. Langsam komme ich da auch hoch in den Tower. Du kannst Krille, wenn du willst, kannst du deinen Timer weiterlaufen lassen. Ja, mache ich auch. Ich nehme dann, muss mir nur sagen, wann fertig ist. Ja, klar. So, ich bin jetzt bei Argus, sage ich schon. Bei Argenem 2. Der Kampf unterscheidet sich in dem Sinne, dass wir halt Kopien von ihm jetzt hier haben und das Optimale ist ein Two-Cycle und gut wäre zum Beispiel ein Three-Cycle und Average, sagen wir mal, nennen wir es mal so, wäre halt ein Four-Cycle. So wie ich das gerade jetzt hier gemacht habe, Four-Cycle ist in Ordnung. Es ist wirklich trainingsintensiv, man muss viel, viel Movement haben und es ist halt auch gerade am Schluss, wenn man eine PB-Pace hat, man ist halt aufgeregt ohne Ende. Der Grund, warum Speedruns auch immer so toll sind. Es ist halt wirklich, wirklich, wirklich krass dann zum Ende. So und damit wären wir beim allerletzten Split der Ganon-Fight. Okay. Ja, Eddie, ich bitte darum, dass du das schön erklärst. Äh, Ganon? Ja. Ja, ähm, Ganon ist ein Arsch. Es gibt hier auch mehrere RNGs, wo er hinworpt. jetzt bei Krille beispielsweise unten links. Er kann aber auch unten rechts spawnen oder mittig unten. und, ja, man slasht ihn halt einfach die ganze Zeit an, um halt so schnell wie möglich in die nächste Phase zu kommen, halt mit den Firebirds. Genau das. Ja. Das Wichtigste am Schluss in der dritten Phase ist, dass man den sogenannten Torch Glitch bekommt, bei dieser Saves Unmengen an Zeit. und der Torch Glitch funktioniert so, dass man, wenn man die linke Fackel anzündet, bevor die rechte ausgeht, dann bleibt die rechte dauerhaft an. Das heißt, man muss sich nur noch um eine Torch sozusagen kümmern. Ja. Ich denke mal, du wirst das mit dem Fire Rod machen, also wirst du nicht nochmal Menü. Ja. Okay. Also Kriller macht's halt sofort mit dem Fire Rod. Es gibt Leute, die machen's halt mit der Lampe. Es kostet halt ein Menü, aber es ist halt sicherer. Ansonsten muss Kriller einfach nur noch das Feuer dodgen und, ähm, Spin attacken. Bis gerne dann. Todes. Ich hoffe, ich habe einen guten Kampf, weil ich habe nur zweieinhalb Herzen. Das heißt, ich darf nicht getroffen werden. Genau. Oh, Gottlack. So. Gerne Tod. GG. Dank dir. The cutting mean. So, schauen wir mal, welcher Arten die Timo bekommt. Also 1,28,16 habe ich. Timmer, dir viel Erfolg. Timo bekommt jetzt die mittlere RNG. Wow. Ich wusste nicht genau, wie ich das handhaben soll, weil ich den, ich bin, wenn man bestimmt läuft, in einem bestimmten Movement Pattern, kann es sein, dass ich gerne umdrehe. da wie sowas nie wirklich praktischen, weil das nie vorkommt, weiß ich nicht genau, wie ich das, wie ich darauf reagieren wollte. Also, um es ehrlich zu sagen, 90 Prozent der Runner, die diese RNG bekommen, weil sie eigentlich nie vorkommen, sehr selten, sind aufgeschmissen dann mit dem Run. Außer Selna. Ja, außer Selna. Selna ist Gott. Der kann alles. Oh, das war eine komische. So. Und ich das Ding enttütteln und raus hier. Gerade. Ich hatte mir echt erhofft, einen besseren Run von mir zu haben und das wir halt ungefähr gleichzeitig enden, aber kann es nicht immer geben, weil man sehr schnell einfach sterben kann. Genau. Aber trotzdem, wir haben beide eine gute Zeit. Also, ich denke mal, Tim wird jetzt so bei 1,30 noch was rauskommen, also auch nicht schlecht. Du musst mir aber sagen, wann du durchs Tor rennst. Ja, klar. So. Und wie gesagt, das Problem zum Beispiel bei Ganon ist immer schon gewesen, auf einer PB-Pace, man ist irre wahnsinnig nervös und man ist am Zittern und das Gefühl ist toll, kann man nicht anders sagen. Aber der letzte Fight fordert halt nochmal alles von einem, weil wenn man Fehler macht, kostet das unheimlich viele Herzen. Ist tot. Sag Bescheid. Ja. Also Split, sag Split. Ciao, Tjango. Sofort, zweite und Split. Okay. GG. 1,30, 42, Tim. Sehr gut. Vier Minuten. Ja, was sollen wir sagen, wir sind fertig. war trotzdem ein schönes Race, hat Spaß gemacht, wirklich. Ja. Ich hoffe, euch hat vor allen Dingen der Blind Fight gefallen mit LSD und Mirror. Extra nochmal gepracticed, weil das Fall zu Mirror hätte uns locker eine Minute gekostet. Nee, nicht uns, ihn. Mir, genau, mir, mir, mir. Was war denn deine Zeit eigentlich? 1,28, 16. Oh. Aber doch so weit weg. Ja, aber ich denke, das kam jetzt nur am Schluss durch den Ganon-Fight zustande, sonst wärst du eine halbe Minute oder so dahinter. Also nicht schlecht. es ist wirklich so. Ich habe verloren, weil ich keinen Timer habe. Ich brauche meinen Timer. Ich bin Speedrunner. Ich brauche meine Zeit. Ich brauche meine Splits. Ja, der Kappa Ross. Ich liebe ihn. Ja. Ich muss sagen, war eine echt super Show von euch beiden. Obwohl, ihr seid wirklich rein mit Eddie als Kommentator. Hallo, hallo, hallo. Will ich nicht vergessen. Also ganz ehrlich, ich war zwischen immer wieder mal, habe ich mich so weggeschmissen vor Lachen. Ich habe es so gesagt, das ist immer noch ein Race, auch wenn es ein Marathon ist, es ist immer noch ein Race, es muss immer noch Witz dabei sein, Spaß dabei sein. Genau. Keiner wird jetzt hoffentlich die rasierten Beine von Timon vergessen. Ich habe eine Rose an. Eine braune Rose. Bild stehe halt auf und zeige. Das habe ich doch gerade, er macht es noch nicht gesehen. Ja. So, wir sind ein bisschen ahead of schedule, deswegen... Ja, noch Zeit für den Kane of Burn and Run, wa? Und ich kriege gerade von der Regie die Aussage, dass die noch ein bisschen Probleme haben. Juhu! Das heißt, wir können noch ein bisschen weiter labern, wenn ihr wollt. Ja, warum nicht? Ja, was soll man sagen, wir sind fertig, ne? Ne, wir können da mal ein bisschen... Wann haben wir angefangen mit dem Speedrun, Tim? Eigentlich so beide letztes Jahr, Ende 2013 und Anfang 2014, ne? Ich glaube, mein erster Run war Anfang Dezember 2013. Ja, und ich habe halt auch 2014 angefangen damit und wie man es halt so macht, wir haben uns halt Videos angeguckt von den Speedrunnern, die besser waren als ich. Also, ich weiß noch, meinen allerersten Speedrunner, den ich gesehen habe, das war ACM. By the way, ACMLN, number one, ganz wichtig. Bitt zurzeit leider kein Link to the Past mehr, ne Pause, aber der, ist schon ewig dabei. Genau, und es ist halt, ich kann es nur empfehlen, die Community ist toll, es gibt zwar manchmal immer Stinkstiefel, aber das gibt es überall. Und, ja, es macht halt Spaß, man lernt halt irgendwie jeden Tag neue Strategien lernen und man sieht, was der andere anders macht. Wie gesagt, also wir haben teilweise auch Strategien jetzt hier benutzt in den Run, die vielleicht zwei, drei Wochen alt waren. Es kommt immer was Neues dazu. Krillewitz in Any Percent Run zeigen, wie kann irgendwo Any Percent. Ich kann kein Any Percent. Kann ich den machen? Wie war denn das mit den, man muss da runterspringen und Select drücken, oder? Wir können es schnell machen, haben wir die, also, haben wir die Zeit? Wie lange dauert der dann? Drei Minuten. Ja. Ich denke, das geht klar. Okay. Leider können, es gibt bei 90% jeder kann diese Route nehmen, jeder kann es machen, wenn ich gleich weiß, wo man herlaufen muss. Du musst mir aber erzählen, auf drei Minuten. Du musst mir aber bitte erzählen, wo ich lang muss, weil ich habe keine Ahnung. Oder will einer das machen, und der andere macht die Credits oder keine Ahnung. Ist schon zu spät, ich habe schon resettet. Okay. Ja gut, dann starten wir jetzt kurz ein Any Percent Run. Okay, ich mache einen Timer an. Du musst mir nur sagen, wo es lang geht. Reset nochmal schön, dass man unseren Start nochmal sieht. Ja. Ich muss mich auch noch erinnern, gleich wo man nochmal herlaufen muss. Es gibt halt Any Percent, wo alles erlaubt ist. Das heißt Clips, Glitches, alles unter der Welt laufen, alles erlaubt. Gibt es einmal die normale Baby Route, die jeder kann, die wir jetzt einfach mal zeigen. Oder die gute Route, wo der Weltrekord eine Minute 36 ist, was aber ziemlich präzise und schwere Clips benötigt. Ich habe es schon mal ein bisschen geübt, aber... Ich noch nicht. Ich mache das jetzt eigentlich komplett blind. Okay, pass auf, ich zähle runter, wir starten, und du sagst, wo ich lag muss. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. So, du musst jetzt AB, AB, AB drücken. Gut, das mache ich, mache ich. AB, AB. Das sind die... Du musst einfach von der Clips springen in der Lobby, direkt safe und quits, neu laden, nicht getroffen werden außen und dann von den blauen Guards einen Raum nach links. Da oben ist ja so ein blauer Guard. Achso, ich muss den Guards sozusagen holen und mich in den Pot pushen lassen. Ja, es ist egal wo. Hauptsache, du bist da oben auf den Layer. Also A und B war der grüne und der blaue Knopf, ne? Und ja, und dann musst du nach oben laufen, irgendwann musst du ein bisschen nach rechts und dann wieder nach oben. den hat nicht hundertprozentig. Ich habe es halt wirklich auch eigentlich noch nie gemacht, aber man sieht es halt hier und da mal. Das Spiel hat halt wirklich, wie kann man das Spiel durchspielen? Es ist halt einfach alle Dungeons, Inside Dungeons, Caves, sind auf einer großen Map verzeichnet. Das heißt, man kann, wenn man irgendwo in das EG-Layer rennt, das Exploration Glitch-Layer, schwere Wort, Erkundungs-Layer, sich rein-glitch, kann man überall hinlaufen, generell. So, jetzt muss ich mal kurz, ich bin jetzt im Schloss drinne und laufe dann erstmal nochmal links in den Screen rein, ne? Nö, nö, nö. Geradeaus hoch? Einfach runterspringen. Ach da, ah! Runterspringen und safe and quit. So, dies aktiviert jetzt weiß nämlich nicht, während man springt, kommt Link auf ein anderes Layer, von das obere auf das untere Layer. Und wenn man dann safe and quit macht, weiß Link auch nicht, auf welchem Layer ich bin. Das Wichtige ist, wenn man jetzt getroffen wird, klappt es nicht. Das heißt, diese Guards sind Arschlöcher. Nicht getroffen werden, ganz wichtig. Ich bin auch gerade ran vorbei. Jetzt laufen wir links und dann hochzupfen. Links hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Okay, Treppe hoch. Ich bin Treppe hoch. Dann gehst ganz links, links dran, pokst nochmal die Wand und triffst, lässt sich von Guard treffen und dann bist du im Layer. Im EG-Layer sind wir jetzt. Läufst du nach oben? Oh. Nein, ich bin runtergesprungen. Scheiße. Ja, das ist natürlich blöd. EG-Grille. GG, ich will es schaffen. Ich habe es noch nie gemacht. Also einfach nach oben laufen, ich sehe es schon. Jetzt habe ich ja deinen Nach oben laufen und im Raum danach, das ist ja der letzte Raum im Ager Tower, musst du rechts und nach oben, an der rechten Wand hoch. So. Kommt mal durch ein paar lustige Räume. Das ist halt, ich könnte jetzt überall hinlaufen in den Spiel, was es gibt. In jedem Dungeon, in jedem, ähm, naja, und hi, Link ist sogar hier. So, jetzt bin ich im Ganon Raum und das Spiel ist fertig, wenn man oben bei Galen rausläuft. Jetzt. 2,58, boah, das war schlecht. Warte, egal. Ich brauche noch, ich brauche noch. Es steht unentschieden. Grill hat eins gewonnen, ich habe eins gewonnen. Okay, ich laufe, ich laufe nach oben, okay, ich bin jetzt im nächsten Raum, wo da, auch nochmal nach oben? Äh, rechts und nach oben, oder? Also, du bist in den letzten Raum von Aga Tower, wo die vier Gegner sind. Ich bin schon, ich bin schon wieder falsch, das ist mir zu kompliziert, Mensch. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Haben wir noch Zeit, ja, ne? Haben wir, wenn man sich reinglitcht in die Walls, sozusagen? Oder man ist eher da drunter? Sonst einfach nix drücken. Okay. Scheißegal. Nie gerannt. Zum Beispiel, wo diese Glitches genutzt werden, sehr intensiver und extrem guter Run, nennt sich Reverse Boss Order. RBO kam jetzt in den letzten halben Jahren richtig so zum Vordergrund. Es gibt zur Zeit noch vier Runner, die den Runen gerade mal. Und, ähm, das heißt, dass Ganon zuerst besiegt wird, dann ganz normal und von hinten nach vorne halt alle Bosse durch. Pass auf, das wird die Sub-Five hier. Sub-Five. Nein. Da sind alle Glitches erlaubt, sonst wird das, wäre das nicht machbar. Der Run wird zum Beispiel auch bei AGDQ nächstes Jahr gerannt von Andy und SuperScoach. Die Credits sind ein bisschen buggy jetzt, weil es immer noch regnet. Sieht das ein bisschen komisch aus an manchen Stellen. Überall. So, jetzt kommt's drauf an. Timo, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich lasse mich jetzt vor dem Guard treffen, geh einen Raum nach oben, ne? Dann gehst du komplett den Raum nochmal nach oben. Okay. Beziehungsweise vor der Screen Transition, ganz oben am Rand, lauf nach rechts und dann nach oben. Aber nicht Raum nach rechts gehen, dann kommst du in den Darkroom. So, also noch auf den Screen davor und jetzt nochmal nach oben? Ja, nach oben und dann müsst du in den Raum kommen, letzter vorbei, Agathor, oder zweitletzter. Oh, jetzt ist dunkel. Dann gehst du wieder links raus. Dauert ein bisschen, glaube ich. Und dann nach oben. Oben. Ah, krass. Ne? Nur nach oben? Weißt du in den Raum? Nur nach oben gehen jetzt? An der rechten Wand ganz einfach nach oben. Okay. Jetzt hochgedrückt halt und durchgehen permanent. Okay, und dann bin ich gleich da? Dann bist du da. Dann bin ich da, okay. Okay. Ich hab das noch nie gemacht. Du hast mir jetzt nie erreicht. Okay. Sieht gut aus. Sonst, wenn es Leute gibt, die Interesse haben, die spielst du Speedrun. Es gibt auch immer wieder neue Speedrunner. Ich kenne, glaube ich, jetzt gerade drei oder vier deutsche Runner. 5,9,40. Neuer Rekord. Die machen die machen Master Sword Runs. Die fangen gerade an so langsam. mit dem Spiel, was es gibt. Es gibt zum Beispiel bei www.alttp-wiki.net gibt es Tutorials, Routen, alles mögliche. Das wird uns anbleiben. Ernst, Habsix. Ja. Aber steht jetzt 1 zu 1, ne? Ja. Und wenn da sonst noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr einfach die Runner, alle Runner fragen. Es werden alle. Alles coole Dudes. Dudes. Hilfsbereit. Jeder ist hilfsbereit, genau. Was haben wir eigentlich jetzt danach? Ist nicht Volpay dran? Mit Tunes? Und danach Super Mario, glaube ich. Genau, das ist dran. Da haben sie gerade noch ein bisschen was in der Regie zu fixen. Anscheinend haben wir jetzt auch gemerkt, woran es liegt. Das heißt, es ist möglich, dass wir in den nächsten zwei Minuten das Ding live kriegen. Okay. Sieht doch gut aus. Haben wir noch schnell ein Backup aus dem Popo gezogen, ohne dass wir ein Backup hatten. Das war echt super gerade. Aber wir spielen nicht auf dem Emulator. Tim und ich haben beide einen Super Famicom, die japanische Variante des Super Nintendos. Eddie nicht. Und damit sind wir sozusagen, wie man so schön sagt, ganz legal dabei. Das kann man aber, denke ich, auch bei der Qualität. Das recht bei mir, ich spiele mit schlechter Qualität. Die Kabel sind nicht die besten. Ja. Man sieht da echt den Unterschied. Also man kann, es ist schon ein Unterschied von der Qualität her. Also zum Beispiel ein Unterschied bei Tim und mir ist zum Beispiel jetzt, ich habe einfach die bessere Leitung. Tut mir leid, Tim, ich meine das nicht böse. Ich kann einfach mit einer höheren Bitrate hochladen. Das heißt, es ist auch schon mal besser von der Qualität. Und die richtig guten Kabel und Leitungen sind es, keine Kabel, sprich der Elektroniker. Die Leitungen sind halt relativ teuer, weil man versucht dann schon die original Super Nintendo Teile zu bekommen. Und die kosten halt Stückteilweise 60, 70, 80 Euro nur für eine Leitung. Oder auch, es gibt auch die One Chip Super Nintendo Konsole. Die Super Famicom. Es gibt verschiedene Arten davon. Und die One Chip hat eine bessere Qualität. Die kostet aber 150 Euro aufwärts. Oder 100 Euro aufwärts. Und die andere Konsole kriegt man für 50 Euro vielleicht. Genau. Nicht natürlich immer daran, ob man Glück hat. Ich habe meine von Ebay. Von ihnen, so einen Typen aus Köln, vor zwei Jahren bekommen. Ich habe fünf Monate auf Emulator gerannt am Anfang. Aber trotzdem auch mit Gamepad, weil ich schon einen Adapter hatte. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ey, ich habe jetzt eine 1,32 oder was. Irgendwie habe ich Bock, das noch weiter zu runnen. Dann hole ich mir einfach eine Konsole noch. Dann habe ich mir den ganzen Kram geholt. Und insgesamt 120, 140 Euro ausgegeben. Und dann hatte ich alles zusammen. Und wie gesagt, der große Vorteil ist halt, A, man ist viel, viel konzentrierter, wenn man eine Konsole hat und daran zockt. Allgemein, wenn ich mich jetzt nicht irre, auf den anderthalb Stunden, die wir hier... Eddie, man hört deinen Tippen. Oh, sorry. Insgesamt auf den Run, den wir haben, also auf die ungefähr anderthalb Stunden, savet es gegenüber dem Emulator 12 Sekunden, wenn ich mich höre. Ja, so ungefähr 12, 13 Sekunden. Genau. Ist die Konsole schneller. Aufgrund Frame Rate, weil es halt 60 FPS statt 59,9997 oder wie auch immer. Wenn ACM jetzt hier im Chat wäre, würde die genauen Zahlen kennen und sie posten. Ja, wie gesagt. Das nächste USB-Controller ist leider nicht so gut. Das D-Pad ist da ein Problem. Also wir generell nutzen einfach, finde ich, den Super-Farmicon-Controller. Genau. Und es gibt halt zum Beispiel noch zum Practicen, was wir benutzen. Es gibt einmal den Game Safer. Damit kann man dann safe spontan im Game setzen. Und für die, die dann noch ein bisschen luxuriöser haben wollen... Das Ding ist das. Das ist der Game Safer. Die können sich dann zum Beispiel eine Super-Nintendo-Cartridge besorgen, wo man auch eine SD-Karte reinpacken kann. Da kann man sich zum Beispiel verschiedene Spielstände direkt aus der Cartridge sozusagen laden. Kostet aber halt auch einen. Genau. Das, was Tim gerade zeigte, das ist es. Groß, grau und hässlich, so wie es vor 20 Jahren ist. Und macht alles kaputt. Grille-Pan sieht wie mein Vater aus. Hallo, Sohn. Ich sag ja, schlage nie Kinder. Es können deine eigenen sein. So, wie schaut's aus? Müssen wir noch weiter überbrücken hier, oder? Ich rede gerne. Einmal von Heavy Metal Gaming HD. Es macht einfach mal Spaß, Speedruns anzuschauen, während die Speedrunner das Geschehen auch noch selber kommentieren. Es kommt echt keine Langeweile auf, und dazu ist es noch für den guten Zweck. MFG Stefan aka Heavy Metal Gaming HD im Chat. Und die zweite Donation muss ich mal unter den Tisch fallen lassen. Leider, noch werde ich nachher nachholen, weil ich habe gerade den Anschluss bekommen, dass GrubiFlex ready zur Übernahme ist. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, bedanke ich uns bei allen, die zugeschaut haben. Hoffen, hat einen gefallen. Hat Spaß gemacht. Ja. Bis vielleicht zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Und für euch auf jeden Fall danke, dass ihr mitgemacht habt, ey. Es war ein echt geiler Run, muss ich sagen. Danke. Und das nächste Mal gibt's einen Triple Racer, bin ich mit dabei. Ah. Da holt sich aber eine Konzent vorher. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Schönen Abend noch, viel Spaß bei den Runs gleich. Und immer schön an Denken Kappa Ross, ganz wichtig. Gut, danke euch. Tschö. Sind wir noch online? Ja, gleich. Wir wechseln jetzt sofort rüber zu Volpi und ich glaube Tiny Toons, wenn ich das richtig...